Nochmal guten Morgen. Der bin ich, einer eurer MDLs im Landtag, im Innenausschuss, im Ausschuss für Kommunalpolitik. Und das Thema heute, die Flüchtlingspolitik in NRW, leider ein Trauerspiel. Ich wollte reden, wie das System grundsätzlich funktioniert mit Aufnahmeverteilung in Deutschland. Wie die Kosten verteilt sind, was das Land trägt und was die Kommune zahlen muss. Die muss nämlich einiges zahlen. Ein paar Takte zur Gesundheitsversorgung. Und ja, was man vor Ort tun kann, wo die Probleme einfach sichtbar sind. Weil da verbringen die Flüchtlinge am meisten Zeit in den Kommunen. Und dann würde ich natürlich auch von euch, mich mit euch austauschen, welche Erfahrungen und Anregungen gibt es. Was habt ihr bisher schon gemacht? So, und an der Stelle weiß ich, dass diese Präsentation irgendwie hakt. Aber jetzt kommt es. Woher kommen die Menschen, die nach Deutschland kommen? Wie kommen die nach Deutschland? Mit dem Schiff, mit dem Flugzeug? Einige, die meisten allerdings mit Bahn und Bus. Das heißt über Land. Wir hören viele Zahlen, dass Wellen immer kommen. Man sieht da tatsächlich eine Wellenbewegung. Das ist die Zahl von, das ist eine Entwicklung von 1953 bis heute. Ganz unten ist heute die aktuelle Situation. Und man sieht eine Spitze Mitte der 90er Jahre, dass schon mal mehr als doppelt so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind wie aktuell. Und die haben wir auch untergebracht. Damals gab es zwar die große Diskussion. Ihr erinnert euch vielleicht Jugoslawien, Konflikt. Rot ist voll, grausige Geschichten. Wir haben es aber trotzdem geschafft. Und ja, wir sollten das auch weiter versuchen. Uns nicht verrückt machen lassen von Pressemitteilungen, die uns erzählen wollen. Wir können das alle nicht unterbringen. Wir sind ein reiches Land und haben noch viele Kapazitäten. Woher kommen die Menschen? Viele, ganz viele kommen aus Kriegsgebieten. Syrien, Irak, Afghanistan. Viele kommen aber auch aus der näheren Umgebung, aus Europa, Südosteuropa, Serbien, Kosovo. Aber letztlich kommen sie von überall, weil wir sind Kernland Europa, eine weltweit bekannte Gegend. Deutschland ist ein weltweit bekanntes Land. Uns geht es gut. Wir profitieren sehr vom Handeln. Wir profitieren sehr von anderen Ländern. Und davon wollen natürlich auch Menschen etwas abbekommen, was ich völlig in Ordnung finde. Wir haben das auch nochmal am Rande. Wir haben ja verschiedene Gründe, warum wir Asyl gewähren. Das politische Asyl wird 1,5 Prozent oder 1,3 Prozent der Menschen gewährt. Alles andere sind eigentlich humanitäre Gründe. Das heißt Kriegsflüchtlinge. Und man muss sich mal für die Zukunft überlegen, ob nicht gerade das, was in Kosovo zum Beispiel passiert, ein Land, was kaputt gemacht wurde, wollte ich gerade sagen, was eigentlich nie richtig existiert hat, wo die Leute überhaupt keine Perspektive haben. Das ist ja jetzt gerade die Diskussion im Januar hier gewesen, weil da so ein kleiner Schub war, ob nicht auch Menschen, die wirklich keine Existenzgrundlage mehr in ihrem Land sehen, ob das nicht auch ein Asylgrund mal werden kann. Hey. Ist eine sehr politische Diskussion, die wir vielleicht später nochmal führen. Woher kommen die Menschen? 20 verschiedene Nationalitäten, habe ich hingeschrieben, und mehr. Gibt es selbst in kleinen Kommunen, das ist jetzt hier die Zahl, oder das ist die Aufteilung, Flüchtlinge im Januar, wo die hergekommen sind in ganz Deutschland. Das heißt, die meisten aus den Kriegsgebieten Syrien, der große Schub Kosovo, das ist im Monat vorher viel kleiner gewesen, Serbien, Albanien und so weiter. Die sonstigen 25 Prozent, die kommen halt, wie gesagt, von überall her, von der ganzen Welt. Und wenn Sie in Deutschland ankommen, Deutschland als Land hat gar keine Unterbringungseinrichtungen, das sind direkt die Bundesländer, die haben die Unterbringungseinrichtungen. Es gibt den sogenannten Königsteiner Schlüssel. Das ist ein, da hat man sich in Königstein auf einer Konferenz geeinigt, ein paar Kriterien. Daraus ergibt sich, dass in Nordrhein-Westfalen 21,44, das ist eine Zahl von, der Schlüssel von 2012, das ändert sich minimalst von Jahr zu Jahr. Also rund ein Fünftel der Flüchtlinge, Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, kommen nach Nordrhein-Westfalen. Das sind im letzten Jahr genau 40.046 gewesen. Für dieses Jahr werden ungefähr 53.000 erwartet. So, wie funktioniert nun das System? Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, immer wieder genannt, ist zuständig für die Verteilung, für die Verfahren, für die Anerkenntnis als Flüchtling. Das ist eine Bundesangelegenheit. Also, ich habe eben schon gesagt, das verteilt nach Königsteiner Schlüssel. Und wenn die Flüchtlinge hier nach Nordrhein-Westfalen kommen, sie kommen erstmal in sogenannte Erstaufnahmeeinrichtungen, EAE's genannt. Erstaufnahme gibt es in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund und Bielefeld. Die sind zuständig für die Registrierung. Das ist dann, da sitzen Mitarbeiter des BAMF. Ein Gesundheitscheck wird da gemacht. Und die Interviews, das heißt die Verfahren werden da gestartet mit den Geflüchteten, wenn die halt Asyl beantragen, was sie halt alle machen. Die Erstaufnahmen sind, wie gesagt, nur für diese formalen Schritte wie Registrierung und Gesundheitscheck zuständig. Dann kommen die sofort in die zentralen Unterbringungseinrichtungen. Das sind auch Landeseinrichtungen. Davon gibt es zurzeit in Nordrhein-Westfalen 16. Zuzüglich aktuell 19 Notunterkünfte. In diesen zentralen Unterbringungseinrichtungen sollen nach der Theorie die Menschen erstmal zwei Wochen, drei Wochen, bis zu drei Monate Maximum verbringen, verbringen, um das Verfahren in Gang zu bringen. Sprich, die Interviews zu machen, was die Asylgründe sind und abzuschätzen, wie lange so ein Verfahren dauert. Die meisten Verfahren dauern ja mehrere Monate. Um da erstmal zu sehen, wie ist halt die Situation mit jedem einzelnen Flüchtling. Weil jeder Fall muss ja einzeln bewertet werden. Wie gesagt, sollen halt in der Theorie die Geflüchteten zwei Wochen, drei Wochen, bis zu drei Monate in den zentralen Unterbringungen verbringen. Das funktioniert schon längere Zeit nicht mehr, weil die vorgehaltenen Plätze viel zu wenig sind. Die sind viel zu klein. Die Menge der Flüchtlinge ist größer als die vorgehaltenen Plätze. Ich möchte jetzt nämlich nicht sagen zu groß. Es ist einfach eine Nachlässigkeit des Landes. Seit Jahren bemängeln wir das, dass zu wenig Landesunterbringungseinrichtungen bereitgehalten werden. Weil der Effekt ist nämlich, wenn die voll sind, weil die Leute müssen irgendwo hin, dann werden sie halt in die Kommunen gebracht. Obwohl die Verfahren mit den Interviews und sowas noch gar nicht richtig angelaufen sind. Das heißt, sie gehören eigentlich noch gar nicht in die Kommunen. Sie müssen aber halt irgendwo hin. Also werden sie halt in kommunale Einrichtungen gebracht. Müssen dann wieder zurück zu den Interviews. Manchmal sind sie sogar unregistriert in den Kommunen. Müssen wieder zurück zur Registratur. Das ist das Drama der Kollaps, wo, was manchmal auch in der Zeitung stand, was wir gesagt haben im September, Oktober, das ist der Kollaps des Systems. Weil es einfach nur noch darum ging, den Leuten halt einen Platz zum Schlafen zu geben. Und die ganze Struktur, die das System eigentlich hat, nicht mehr funktioniert hat. Ja, das ist ein Plan, der meiner Meinung nach nicht funktioniert. Es war Anfang Januar die Situation, dass tatsächlich so eine kleine Welle von Menschen aus dem Kosovo kam. Das hatte viele Gründe, die im Kosovo lagen. Und zwar hat es Mitte letzten Jahres eine Wahl gegeben. Die beiden großen Parteien sind sehr verfeindet. Die haben es ein halbes Jahr lang nicht geschafft, eine Regierung. Also hat keiner von beiden es geschafft, eine Regierung zu bilden. Völlig korrupt. Beide, jeder für sich. Wie gesagt, unverfeindet. Jetzt haben sie zum Jahresende eine gemeinsame Regierung gebildet. Was völlig eigentlich irreal ist, weil das wäre so wie Linke und CDU. Und es haben halt viele gesagt, jetzt werden wir in diesem Land sowieso nicht mehr klarkommen. Es ist nur noch korrupt. Ich gehöre nicht zum Clan. Also werde ich hier gar nichts mehr. Also muss ich raus. Und dann hat es halt so eine kleine, mehrere tausend Leute gegeben, die das Land verlassen haben, nach hier gekommen sind. Ich erzähle manchmal ein bisschen lang. Ich versuche das kürzer zu machen. Und hier hat man direkt gesagt, das wollte man eine Sperre aufbauen, weil tatsächlich politische Gründe, eine politische Anerkenntnis sehr schwierig ist für die Menschen aus dem Kosovo. Das ist ja ein Land, was perspektivisch auch mal Mitglied der EU werden soll. Und man will, wollte aus politischen Gründen die Not nicht anerkennen, wollte die Leute also direkt wieder abschieben. Geht aber nicht. Wir haben offiziell... Ja? Ich kann das ergänzen zu dem Kosovo-Verfahren. Ja? Also das Verfahren ist insgesamt 14-Tage-Verfahren genannt worden. Das ist sehr... Wollte ich gerade hin. Dann haben wir noch konkrete Interviews bestellt, auf den Gesundheitscheck man auch verzichtet. Und der Ekerbund war, dass in den zwei Wochen die Registrierung an, ob die Just-Heltskültige Entscheidung sein soll, in 14 Tagen. Der Effekt hat, dass die ganzen Regierungen, die für die nächsten Monate bis hin zum August geplant werden, allesamt verschoben werden. So wird das genannt. Und nach diesen 14 Wochen gibt es dann eben die Fristen mit URO. Meistens URO. Also hoffentlich eine Woche. Dann soll das ganz schnell Post-Beitungs- und Richtlinie. Die Stolz- und Richtlinie freuen sich auch jetzt schon. Weil sie dann auch alle anderen Termine schieben müssen. Und der Effekt sein soll, dass sie maximal vier Wochen in Deutschland sind. Und dann möglichst schnell abgeschoben werden. Also so ist der Plan. Da wäre ich jetzt... Michael Kostmann vom BAMF, ist das schon mal belächelt worden? Oder wäre es nochmal darüber? An die Stelle wäre ich jetzt gerade gekommen. Nee, nee, ist doch völlig okay. Aber du wolltest auch noch... Ja, ich kann nur noch ergänzen, dass es ganz zweifel muss. aus dem Ausschuss, Auskunft der Bezirksregierung Köln, weil bei uns soll eine zusätzliche ZUE gemacht werden in der Landeslegenschaft. Und da hieß es dann, dass durch dieses Verfahren wahrscheinlich ein Zeithorizont führt, geht eine einzelne Verweildauer bei uns zwischen 6 und 11 Monaten, weil für die Anerkennung ist ja ein Bundesamt zuständig, wir haben viel zu wenig Mitarbeiter und aufgrund des ausgelaufenen Wurzs 6 bis 11 Monate wird es dauern. Alle anderen Verfahren stehen bis dahin. Ja, also es ist halt in den Zeitungen kommuniziert worden, ich sag mal, vermutlich auch ein bisschen politisch, um halt in den Kosovo zu spiegeln, Leute, es hat keinen Zweck nach hier zu kommen. De facto und praktisch funktioniert das so nicht mit Schnellverfahren. Weil wir haben ein System, was auf Gesetzen basiert und die kann man halt nicht missachten, da kann man nicht ein Schnellverfahren machen. Jeder Fall muss einzeln betrachtet werden und Regelzeit auch bei Herkunftsland, sicheres Herkunftsland oder all diese Definitionen, ist trotzdem 2, 3, 4 Monate. Also das mit den 3 Wochen und nicht registrieren oder kein Gesundheitscheck, das funktioniert einfach so nicht. Und wie du auch richtig sagst, die anderen Verfahren bleiben stehen, das heißt, da wächst eine riesige Halde an, also ein Gewinn ist da überhaupt nicht drin zu erkennen. Die Frage war... Ich wollte nur ein bisschen, was ich glaube, war es. Achso, ja, okay. Das ist jetzt gut beantwortet. Okay. Du sagst, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Nee, das ist Irrsinn, das ist, wie gesagt, funktioniert nicht. Grundsätzlich, hier ist mein Überblick über die aktuellen Unterbringseinrichtungen. Die beiden ersten, das sind jetzt die Erstaufnahmen, ich habe die jetzt nicht weggestrichen. Diese Belegung, also Regelkapazität ist die vorgesehene Kapazität der Einrichtung. Die aktuelle Belegung von einem Stichtag, das ändert sich täglich. Das kann eine Überbelegung sein, Unterbelegung sein. Das ist wirklich ein ganz heftiger Job, den die in Dortmund und Bielefeld in der Verteilung und in der Bezirksregierung Arnsberg machen. Und wir haben mal öfters nachgefragt, wie denn so eine Überbelegung, wie das denn wieder mit umgegangen wird, ob die dann weitere Gebäudeteile oder sowas dazunehmen. Das ist nicht so, die stellen halt mehr Betten rein oder legen auch eine Matratze auf den Boden. Vor einem Jahr war die Liste nur halb so lang. Und ja, es ist halt leider so, das Land Nordrhein-Westfalen hat die Unterbringseinrichtungen viel zu spät aufgestockt, hat immer unterhalb der notwendigen Anzahl halt gearbeitet, weil es spart Geld. Das Land spart die Menschen, naja. So, inzwischen ist das Thema aber so in der Öffentlichkeit, das geht nicht mehr so einfach mit dem Geld sparen. Deswegen gibt es jetzt, was es vorher nicht gegeben hat, das Thema Notunterkünfte. Auch bei euch wird gesucht worden sein, also jede Stadt ist angesprochen worden, Leute stellt zur Verfügung. Das ist jetzt aktuelle Liste auch vom Februar. Wir lassen uns das seit August, September für jeden Ausschuss erzählen, wie die Situation ist. Das haben wir vor zwei Jahren angefangen. Da hieß noch, ist alles super. Aber ihr wisst ja, wie es halt hier explodiert ist. Inzwischen jede Ausschusssitzung gibt es den aktuellen Stand. Das ist der vom Februar. Ich weiß nicht, ob ihr... Bitte? Der war auch nicht richtig. Ne, das ist der Stichtag. Das ist dieser Freitag. Den glauben wir. Aber der Samstag sieht dann schon wieder anders aus. Ja, aber an diesem Freitag steht da gerne zum Beispiel die 90 und wir haben 2.15. Ja, schön. Ne, das ist... Ja, das ist immer eine gute Info. Die auch mal zu... Ich meine, wir haben auch schon gehört, weil der Freitag wird oft als Stichtag genommen. Ich habe aus einer Unterbringung gehört, ja, dann kommen donnerstags die Busse und holen die Leute ab. Wird Freitag gemessen, samstags sind die Busse wieder da. Keiner weiß, wo die Leute am Freitag sind. Über Belegung 200 Menschen mehr. Die werden hin und her geschoben, ja. Deswegen hatten wir mal gefragt, dass wir Wochen, einen Wochenschnitt bekommen. Das wurde leider abgelehnt, weil es hieß, das wäre der Aufwand zu groß. Naja. Ich habe da noch eine Frage zu. Du sagst gerade bei euch, in der 90, 100 statt der 90, 150. Habt ihr denn mehrere unterbringen müssen? Da ist also nur die ZEW von euch eingerichtet. Eine Schule wurde komplett eingerichtet. Also nicht für die Erstaufnahme, sondern nur für die Erstaufnahme. Ganz wichtiger Punkt, das ist hier die Land... Wir sprechen von der Landeseinrichtung. Wir sprechen nicht von etwas, was ihr als Stadtherne vielleicht macht. Nein. Eine Gemeinschaftsunterrichtung. Nein. Okay. Gut. Wir haben um 9.10 Uhr Anruf gekriegt und um 10.20 Uhr waren die Flüchtlinge da. Also es kann trotzdem sein, dass sie in die Kommune, also in die kommunale Einrichtung gekommen sind, weil... Okay. Kommunale Einrichtung. Gut. Über den Einrichtungen. Alles klar. Okay. Ja gut. Ja, wobei ich dann eine Verständnisfrage habe, weil wir brauchen, ich soll jetzt so eine Notunterkunft kommen, die ehemalige Polizei, die heute eigentlich hier zur Fachhochschule für Finanz umgerüstet werden, die ist erst mal gestoppt, da sollen jetzt bis zu 100 untergebracht werden. Zeitkommission 1. März, die Belegung wahrscheinlich ab dem ersten Tag, die ersten Leute, und da hat die Stadt als solches gar nichts mit zu tun, sie wird noch niemals darüber informiert, weil das alles im Rahmen der Bezirksregierung, in Ansprache dann mit Köln passiert, und die Stadt wird da gar nicht darüber informiert, was überhaupt da passiert. Größtes Problem ist, sie muss selber dann keine Leute aufnehmen, gerade eine kleine Gemeinde mit 12.000 Leuten, nur wenn sie dann abziehen, dann kommt der bis dahin nicht aufgelaufene Personenschlüssel wahrscheinlich innerhalb von 14 Tagen nach. Ja, das wird jetzt schon gerade ein bisschen, also das ist ein grundsätzlicher Punkt, was wir auch immer wieder reklamieren im Ausschuss, die Informationspolitik der Landesregierung gegenüber den Kommunen, weil wir hatten Olpe, wir hatten andere Fälle, die in der Presse groß gewesen sind, von wegen hier überrascht worden mit der Beschlagnahme oder sowas, in Olpe war es ein bisschen übertrieben, weil da haben tatsächlich schon Gespräche stattgefunden, das Ding zu nutzen, was dann beschlagnahmt wurde, aber grundsätzlich, wie gesagt, reklamieren wir gerade diese Informationspolitik auch, also zumindest einen Bürgermeister anrufen, dass der eine Chance hat, die Leute, die Menschen, die in der Umgebung möglicherweise wohnen, zu informieren, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil das merken wir immer wieder, je besser die Menschen informiert sind, desto besser klappt das auch, wenn man weiß, wer da kommt, das und so weiter, also man muss halt reden und deswegen ist halt, ja, sind diese Blitzaktionen auf jeden Fall eine ganz, ganz schlechte Geschichte, keine Frage. Und die Notsituation, in Anführungsstrichen, des Landes ist auch keine Entschuldigung, weil es muss einfach auch eine Zahl freier Plätze vorgehalten werden, nicht immer nur das, was notwendig ist, dann von jetzt auf gleich irgendwo nehmen, es gilt eigentlich auch eine Frist von drei Tagen, was die Vorwarnung der Kommunen angeht, wann, wenn neue Flüchtlinge kommen, damit man sich vorbereiten kann, also dieses, Regelfrist, ja, keine Regel ohne Ausnahmen, nur wenn die Ausnahmen halt ständig passieren, ist das halt, ist das nicht gut, wenn, wenn, so eine Information, dass also ständig von jetzt auf gleich Menschen bei euch ankommen, wäre auch mal ganz gut, also wir kennen jetzt nur halt das Ding, Regelzeit ist drei Tage Vorwarnung, Ausnahmen mag es geben, aber die dürfen wirklich nicht die Regel sein. Das ist das erste Mal, das ist jetzt das zweite Mal, das ist einmal noch vier Stunden Vorlaufzeit, weil im letzten Fall war es sogar so, das Argus noch, die Leute noch eine Rosenmotorsveranstaltung stattfinden, die Leute sind noch vor der Turnare gewesen, wusste keiner, was dann natürlich Frust aufgefallen bei den Anwohnern, aber die Leute haben keine Ahnung dabei. Ja, klar. Was passiert ist natürlich eine Unterstellung, der Eindruck drängt sich allerdings auf, des Öfteren. Der Eindruck drängt sich noch an einer ganz anderen Stelle auf, ich hatte eben das BAMF erwähnt, und es wurde ja auch hier gesagt, die haben viel zu wenig Leute für die Bearbeitung, und das ist auch chronisch, das haben die schon lange. Das heißt, die Länge der Verfahren, die bis zu, weiß ich, zwölf Monate oder länger dauern, das liegt ganz klar daran, dass zum großen Teil, dass vom Bundesseite viel zu wenig Personal eingesetzt wird, die Verfahren zu bearbeiten. Führt zu dieser dauernden Drucksituation, mit der man Politik machen kann, was sehr schlecht ist. Ganz schlechte Politik ist das. Aber kann man schlecht belegen. Laut der Buga-Flüchtur- oder Gower-Flüchtenship in Münster, ist das, was hier gesagt wird, Politik der Bundesregierung, eher eine Verlindungspolitik, als wir wollen. Ja, natürlich, klar. Ja, es ist ja, wenn diese ständige Drucksituation aufgebaut wird, diese ständige Notsituation, immer aus der Not raus agieren, hat ja vermittelt den Eindruck, dass es irgendwie viel ist, dass wir es nicht schaffen, und lauter diese falschen Gedanken hat. Das ist falsch. Wir geben uns nicht genug Mühe. Das ist einfach der Punkt. Nee, Politik nicht. Ja. Wer unternimmt denn die Zuteile? Wer unternimmt denn die Zuteile? Wer sorgt denn für die einzelnen Zuteile? Die Bezirksregierung Arnsberg. Also, ja. Da komme ich jetzt. Ja, das ist noch nicht die... Entschuldigung, ich sage vielleicht noch was zu den Notunterkünften oder zu der Unterscheidung. Weil jetzt hier auch Herne mit den 90 Plätzen zum Beispiel angesprochen war. Also, Notunterkünfte ist eigentlich eine neue Definition. Das sind Unterbringungen, wo das Land sagt, die Standards, die eigentlich nicht definiert sind, aber, naja, können sie da nicht halten. Und haben jetzt aber auf Drängen gesagt, okay, Notunterkünfte darf es für maximal drei Monate geben. Sobald die drei Monate überschreiten, müssen sie als Regelunterkunft geführt werden und müssen dann auch die wenigen Standards, die es gibt, ausführen und halten, was aber in der Regel nicht funktioniert, weil zum Beispiel in Detmold sind Gebäude, sind Wohnhäuser angemietet, die überhaupt keine Gemeinschaftsräume haben, was aber Regelunterkünfte haben müssen. Also das funktioniert nicht. Das wird eine Notunterkunft bleiben. Die war auch schon mal im Herbst genutzt, dann wurde die leer gemacht und dann ist sie wieder Notunterkunft geworden. Auch ein schlechtes Verfahren. Also Notunterkünfte maximal drei Monate und schlecht für die Flüchtlinge, weil viele Dinge, die eigentlich zur ordentlichen Unterbringung gehören, wie gesagt, wie Gemeinschaftsräume, Waschgelegenheiten, auch Wäsche waschen und solche Sachen, sehr oft nur sehr schlecht möglich sind und sich die Gebäude eigentlich nicht für Gemeinschaftsunterbringung eignen. Deswegen muss man auch sehen, dass das möglichst schnell abgebaut wird und neue Regelunterkünfte gefunden werden. Da habt ihr in der Stadt wahrscheinlich ganz unterschiedliche Informationen oder Diskussionen gerade drüber. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dazu, doch da komme ich noch zu. Ich komme gleich zu dem Punkt, warum ich nochmal auf diese auf Landesunterbringung in der Kommune. Jetzt nochmal, wenn also dieses Verfahren einigermaßen normal gelaufen wäre und man halt in der ZUE, in der zentralen Unterbringungseinrichtung, an den Punkt gekommen ist, man hat das Asylverfahren begonnen, die Sachen sind beim BAMF zur Prüfung. Man weiß, kann ungefähr abschätzen, drei, vier, fünf, sechs Monate wird das noch dauern. Dann geht es in die sogenannte Anschlussunterbringung, dann wird das die Bezirksregierung Arnsberg halt die Kommune verständigen, wo der Flüchtling halt für die nächsten Monate untergebracht wird. Das ist die sogenannte Anschlussunterbringung. Da gibt es Aufnahmequoten in Nordrhein-Westfalen, die sich nach Einwohnerzahl und Fläche berechnen. Also jede Kommune hat eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Das ist Grundbestandteil des Flüchtlingsaufnahmegesetzes von Nordrhein-Westfalen. Die Unterbringung findet in den Kommunen statt. Diese vorgeschalteten EAE, ZUE, das ist halt um die Verfahren in Gang zu bringen, aber die eigentliche Unterbringung bis zur Anerkenntnis oder Verneinung des Asylgrundes ist halt passiert in den Kommunen. Jetzt ist der Bedarf nach den zentralen Unterbringungseinrichtungen halt, der ist da. Die Kommunen haben sich vor zwei Jahren oder als man anfing neue Einrichtungen zu suchen gewährt gegen so Landeseinrichtungen auf ihrem Gelände, weil sie sagten, wir haben ja schon Flüchtlinge, jetzt kommt noch so eine Landeseinrichtung dazu mit noch mal so viel wollen wir nicht. Und das Land hatte sehr große Schwierigkeiten auch, die Landesaufnahmen zu finden, Einrichtungen dafür zu finden. Und da ist ein eigentlich ganz schlauer Gedanke hat Eingang gefunden ins Flüchtlingsaufnahmegesetz, nämlich, wenn eine Kommune das eine Landeseinrichtung, also irgendein Gebäude für eine Landeseinrichtung zur Verfügung stellt, wird die Kapazität dieser Landeseinrichtung, meinetwegen 300 Plätze, von der Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge abgezogen. Das heißt letztlich, die Zahl der Flüchtlinge bleibt gleich, auch wenn man eine Landeseinrichtung hat. Das hat sich ein bisschen ausgewachsen, gerade in einzelnen Fällen, dass es einzelne Kommunen gibt, die gerade dringend eine Landesunterbringung haben möchten. Essen gehört zum Beispiel dazu, weil die haben einen sehr interessanten Oberbürgermeisterwahlkampf und die sprechen darüber eine große, ganz große, viel zu große Unterbringungseinrichtung des Landes aufzubauen mit 800 Plätzen. Da kommt man dann schon auf komische Gedanken, weil 800 Flüchtlinge weniger, also alles, die Flüchtlingsunterbringung in Landeseinrichtungen zahlt das Land. Das heißt, wenn die Stadt 800 Flüchtlinge weniger zu versorgen hat, entlastet das ganz schön den Haushalt. Auch ein bisschen böse, so ausgedrückt, aber der Eindruck drängt sich halt auch auf. Ist dieser Art, ob die Karte dazu angemacht, große Einrichtung, das nur so zu machen, dass man weniger bekommt? Wie meinst du, dass man weniger bekommt? Man bekommt weniger Flüchtlinge zugeteilt als Kommune. Ja. Natürlich, das ist ja auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Die anderen Kommunen bekommen natürlich entsprechend mehr. Das ist halt, ja. Aber nur die Neuverteilung bestätigt dann keine, wenn eine neu eingerichtet wird, bis später keine abgezogen. So wurde es uns gesagt. Richtig. Also ab dann gibt es quasi eine Art Oratorium. Ja. Also der Effekt wird sein, wenn man halt eine Landeseinrichtung in der Kommune hat, gibt es halt auf absehbare Zeit keine Neuzugänge. Ansonsten gibt es ja schon mehr oder weniger ständig Neuzugänge. Ja. So, das ist die Idee finde ich auch grundsätzlich okay. Die hat dazu geführt, dass sich mehr Städte und Kommunen halt bereit erklären, Landeseinrichtungen zu machen. Wie gesagt, ein paar Auswüchse gibt es aber grundsätzlich. Denke ich mal, ist das schon in Ordnung. So, wenn jetzt die Menschen in den Kommunen sind, dann sind wir raus im Land. Das wird uns auch immer gesagt. Wir haben mit den Kommunen im Landtag nichts zu tun. Wenn wir da nach Standards fragen, wird gesagt, nein, wir haben kommunale Selbstverwaltung. das geht uns alles nichts an. Da können wir uns nicht einmischen, weil sobald wir als Land da Vorgaben machen würden, dann kommt das Thema Konnexität. Dann hat das Land Angst, das auch bezahlen zu müssen. Das heißt, gerade die große Diskussion um Standards, was die Unterbringung angeht, kämpfen wir noch, dass es gemeinsame Standards gibt, aber bisher ist immer der Punkt, nein, Kommunen machen das selber, sonst haben wir Angst, dass das Land bezahlen muss, sagt die Regierung. Wie ist das mit den Kosten grundsätzlich? Wer, was gibt es? Ich habe eben gesagt, die Unterbringung ist Aufgabe der Kommunen. Nun haben die Kommunen selber wenig Steuereinnahmen, also von irgendwoher muss das Geld ja kommen. Möchtest du durch? Ich gehe gleich durch. Okay, ja, alles klar. Da gibt es erstmal die sogenannten pauschalierten Landeszuweisungen, die, das ist eine Summe von 183 Millionen in diesem Jahr, die verteilt werden nach dem Zuteilungsschlüssel der Flüchtlinge, die ich eben gesagt habe, nach Einwohnerzahl und Fläche. Ja, was ist das? Entschuldigung. Also wenn jetzt mehr kommen, bleibt die Summe Ja, also Entschuldigung, das ist genau, die Summe bleibt, die ist fest für dieses Jahr, das ist Bestandteil des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, diese Summe ist festgelegt. Interessant ist ja immer pro Person, weil es geht ja um einzelne Menschen, geht es ja darum, ne? Ja, die Summe wird... Mehr kommen oder was, ist für den einzelnen weniger spannend. Der Stichtag für die Festlegung der Anzahl ist der Januar letzten Jahres. Daraus ergibt sich die Verteilung. So. Deswegen steht da pauschalisierte Landeszuweisungen. Das ist halt eine Summe, die weiß man jetzt, dass man die kriegt, man kriegt die in vier Tranchen ausgezahlt übers Jahr und ja, damit muss man klarkommen als Kommune. Und dann pro Partei, ja? Was daran ganz interessant ist, von diesen Landeszuweisungen, müssen die Kommune 4,5% vielleicht auch das gleich kontraktiviert genau, ausschließlich für soziale Betreuung auch wenden und da das so eine pauschalisierte Zuweisung ist, müssen die Kommunen keinen Verwendungsnachweis bekommen. Und da ist es dann eben da lohnt sich es hinein, die Kommunen eine Anfrage zu stellen, wie dieses Geld einzusetzen wird. Sehr guter Punkt. Ja, sehr guter Punkt. Das haben wir schon mal im Land versucht. Also ich würde schon sagen, dass die Kommune einen Nachweis bringen muss. Selbst wenn es pauschalisiert ist, es sind halt 4,5% und das ist schon abgrenzbar, weil die bekommt ja einen Betrag X und es ist klar zu sagen, wie viel davon, 4,5%, wie viel das ist. Also man muss ja auch sagen können, was sie damit macht. War eine sehr langwierige Diskussion. Es hieß dann, ja, können wir nicht und wahnsinnig Aufwand und außerdem geben wir viel mehr aus für soziale Betreuung, sagt der eine. Aber guter Punkt, das ist etwas für die lokale Arbeit, nachzufragen, was ist soziale Betreuung hier bei uns in der Kommune. Kann ich direkt schon sagen, Hausmeister, wurde auch in der Diskussion bei uns gesagt, wir haben ja einen Hausmeister, der geht da immer rum, ist keine soziale Betreuung. Also soziale Betreuung ist jetzt auch nicht die Verfahrensberatung oder so, sondern soziale Betreuung ist einfach die Menschen anzunehmen, mit denen etwas zu machen. Sprachkurs, die irgendwie zu beschäftigen, weil die können ja nicht arbeiten, die müssen hier 24 Stunden am Tag verbringen, müssen irgendwas tun. Und das ist soziale Betreuung, sich dann zu kümmern. Ich habe jetzt eine Frage, und zwar bei uns gibt es, also in Essen gibt es die sogenannte 24-Stunden-Betreuung, ist aber eine 24-Stunden-Bewachung. Auch keine soziale Betreuung. Ja. Also dieser Wachdienst zählt dann auch nicht. Nee, definitiv nicht. Dürfte in dem Fall für die soziale Betreuung doch klar sein, dass die 4,5 Prozent des Pauschalbetrages für die Kommunen überhaupt in ganzer Weise ausreichend ist, um vollbeschäftigte Leute in die soziale Betreuung zu gehen oder anzustehen. sondern dass vielmehr in jeder Kommune ohne die Hilfe der vielen ehrenamtlich tätigen Öferkreise wie ökonomische Flüchtlingsbetreuung, die Ökonomie, Caritas und Bela, irgendwelche Tische, Rundenkreise hatten das nicht Ehrenamtlich. Doch. Nein. Beides. Also sie kriegen Geld, sie verdienen davon, sie verdienen damit, Caritas verdient auch Geld, muss Geld verdienen. Und genauso sind aber auch Ehrenamtler dabei, auch bei der Caritas und bei der Diakonie. Das ist eine riesengroße Mischkalkulation. Also auch das ist jetzt nicht der einzige Topf, diese 4,5 Prozent ist nicht das einzigste. Es gibt noch, es gibt ganz viele andere Töpfe, aus denen halt die Stellen geschaffen werden von der Caritas, von der Diakonie, von Johannitern und so weiter. Aber ohne die ehrenamtlichen Helfer, die auch in die Unterbringung gehen und Betreuung machen, einfach mal Gespräche führen oder sogar Sprachkurse anbieten, was auch immer. Ohne die geht es auch nicht. Also es ist Bezahltes und Freiwilliges. Meistens haben Caritas und Diakonie ja nur die Funktionen der Koordinatoren, die dann durch die die leben auch sehr davon. Also in Dortmund ist es so, wir haben fünf neue Flüchtlingshandlungen bekommen. Neben der ersten Aufnahmeeinrichtung in Dortmund gibt es halt zur Zeit, es kommen noch drei Einrichtungen dazu. Und nahezu jede Einrichtung hat ja einen eigenständigen Träger. Also da ist sowohl die Caritas, Ioannita, Deutsches Bundeskreuz, dann VDMDO, das sind die ersten, die haben. Und die werden wir natürlich alle. Keiner will dem anderen natürlich nicht sagen, wie viel er jetzt verdient, weil das immer Verhandlungssache ist. Aber im Schnitt muss man so rechnen, so um die 100 Euro pro Flüchtling pro Tag. Deutlich günstiger als zum Beispiel ein Gefängnis oder eine Psychiatrie. Ja, das schon. Es gibt dann eine Gruppe, das ist also eine ist European Homecare. Die haben ein Angebot der Stadt gemacht, hat sich dann auch angenommen, 6,66 Euro, also 666 Cent pro Tag pro Flüchtling und haben dann die Stadt später verklagt, dass man das zu dem Preis nicht machen kann und kriegen jetzt 100.000 Euro mehr im Jahr, im Monat. Und es gibt eben auch da nicht wirklich Standards. Also es werden Verträge geschlossen und wenn irgendwas nicht im Vertrag drinsteht, dann muss das auch nicht gemacht werden. Und das heißt nicht, dass die Leute, die jetzt vor Ort sind, nicht engagiert sind, aber also diese Betreiber macht es eben nicht nur aus Menschenfreundlichkeit und natürlich ist es, ich habe nicht in Ausabträge gestellt, dass ohne die Ehrenamtlichen würde nichts laufen. Ganz klar. Also die Ehrenamtlichen von Spenden, kleiner Spenden, Spielzeug und so weiter als auch alles, was sozusagen für die diese gesamte Sozialbetreuung läuft eigentlich nur ehrenamtlich. Also es gibt pro Einrichtung ungefähr vielleicht drei Leute, die im Büro sitzen plus drei Leute, die jetzt Sozialarbeiter oder so sind oder Pädagogen und die müssen 24,7 abdecken. Aber zum Beispiel auch diese Betreuung, dieser Wachschutz zum Beispiel, der ist total notwendig, nicht nur für die, sondern weil Leute von außen vielleicht Probleme machen können. Das ist aber auch nicht standardisiert. Das heißt, es gibt Einrichtungen wie haben sie Leute dafür und versuchen 24,7 abzudecken. Das ist, wenn man vor Ort an Sprechpartner ist. Es gibt andere Einrichtungen, die decken nur bis 22 Uhr abends ab. Und wenn nach 22 Uhr dann ist es überhaupt und sehr passiert in Ebingen, dann welche Leute auflaufen, dann sind die Leute, die im Heim leben, dann ist man auch sich alleine gestellt und wissen nicht, was man das dann macht. Also das sind so die Erfahrungen, die wir jetzt im Dortmund gemacht haben. Und wie gesagt, ohne die Ehrenamtlichen würde nichts gehen. Das ist grundsätzlich richtig so. Die Sprache sind organisiert. Und da ist genau das Problem, selbst wenn viele Ehrenamtliche da sind, besteht auf Seiten der Betreiber bzw. der verantwortlichen Hilflichkeitshand zum Teil gar nicht die Kapazität. Das heißt, es ist ja vorgehalten, die erschweren uns die Arbeit. Weil für die muss in erster Linie das Leute essen, schlafen und dort sind. Aber alles andere sehen die nicht als ihre Aufgabe. alles andere ist sozusagen als Arbeit oben drauf. Die Lebenamtliche müssen koordiniert werden und das ist für die extra Arbeit. Aber was sich sozusagen an zulässiger Arbeit leisten, ist es halt für die die ganze Zeit zu tun. Da sind sehr viele Sachen drin, über die man sprechen muss, aber... Ja, es geht ja noch viel verrückter im ländlichen Raum. Wenn es Angebote gibt, wie zum Beispiel für Sprachkurse, dann sieht die Sache so aus, macht zum Beispiel bei uns eine Volkshochschule, die bietet den Kurs aber nicht bei uns in der Gemeinde an, sondern das gibt es nur im nächsten größeren Ort, wo die einen Hauptstandort haben. Aber wie der Flüchtling da hinkommt, ist seine Sache. Mehr als Adresse bekommt er nicht, weil die Stadt weder die Mitte, noch die Manpower hat. Wir haben für die Betreuung zur Zeit von 114 Flüchtlingen als die Bewerber 0,4 Stelle. Muss man mal überlegen, derjenige arbeitet aber schon wahrscheinlich zur Zeit zwei Stunden am Tag in dem Beruf. Weil der mit der Betreuung nicht hinterherkauft ist. Und da hakt es dann dran, wo dann diese 4,5% noch ausgegeben werden sollen, so gesehen unmöglich. Drama. Natürlich, weil die Prozentual, die können sich halt eine ganze Stelle leisten. Oder anderthalb oder zwei und so weiter. Ja, deswegen wehrt man sich im Land auch so Standards festzuschreiben, weil damit genau man diese Probleme kennt und weil die nicht gelöst werden. Die können nur mit Geld gelöst werden. Da ist es ja schon. Also man hat Schwierigkeiten mit der Verteilung, sagen wir es mal so. Es bleibt woanders hängen. Ja, es bleibt woanders hängen, genau. Ja gut, aber dazu muss man natürlich auch sagen, bis 2014 sind, ich glaube, pro Jahr, insgesamt in den drei Jahren davor waren insgesamt 800 oder etwas mehr Flüchtlinge gekommen, sondern wir haben jetzt seit November 2014 bis letzten Monat waren es, glaube ich, über tausend, die alleine gekommen sind nach Dortmund zum Beispiel. Das ist natürlich ein sprunghafter Anstieg, das darf man jetzt nicht... Ich habe ja ganz am Anfang die Wellenbewegung gezeigt, dass wir eine Welle, dass wir steigende Zahlen haben. Das ist seit zwei, drei Jahren bekannt. Also man hätte diese, die notwendigen Schritte hätte man tun können, man hätte sich vorbereiten können, man wusste schon, was es heißt, viele Flüchtlinge unterzubringen, man hat es halt, weil es Geld kostet, gelassen. Muss ich so, sage ich einfach so, ist meine Meinung. Also ich weiß nicht, ob auf Landesebene, da kann ich nicht so sagen, auf kommunaler Ebene ist es natürlich immer eine Abwägung. Auf Landesebene? Auf Landesebene genauso, es ist eine Abwägung, natürlich. Stelle ich Kapazitäten übergreifen oder suche ich mir dann, wenn die Kapazitäten gebraucht werden, dann in dem Moment die notwendigen Einrichtungen oder Gegenwartigkeiten und das Machtkreis will. Weil jede Kapazität, ich bereitstelle, da fehlt mir das Geld für andere Sachen. Das ist einfach so. Aber wenn er so sagen, er unterbrechen darf, aber der Kämmerer braucht ja nur die Nachricht, die sich abzuhören. Genau. Und dann will er also feststellen, dass also seine Kapazität oder die Mittel nicht ausreichen. Und die Flüchtlingszahlen steigen ja seit 2007 kontinuierlich an. Also kann man sich ja ausrechnen, ich habe hier 2015, ich habe die Zahl von Essen oder auch nicht von 11 oder Flüchtlingen, kann man ja ausrechnen, dann hat er 2016 1.500 braucht. Ich meine, du hast es ganz genau gesagt, das ist genau so eine Entscheidung, die findet auch auf Landesebene statt und in den Kommunen. Aber der Punkt ist, man muss halt sagen, ich brauche halt ein halbes Jahr oder ein Jahr, um mich vorzubereiten. Also kann ich nicht, ich kann nicht von jetzt auf gleich in der Kommune agieren. ich muss ja, um eine vernünftige Unterbringung zu gewährleisten, vorbereitet sein. Das heißt, ich muss immer was vorhalten, wenn ich vernünftige, menschenrechtskonforme Flüchtlingspolitik mache. Und das ist halt nicht gemacht worden. Man hat halt immer auf den letzten Drücker, beziehungsweise halt, wenn es eigentlich immer zu spät ist, gehandelt. Und das in den meisten Kommunen eigentlich. Das ist leider die Situation. Syrienkrieg 2011. Ich meine, wir haben 2015. Aber die Gedanken der Bürgermeister sind zu verstehen, weil wenig Geld, das ist ja die ganze Finanzgeschichte, ist ja eine riesengroße Maschine mit ganz vielen Stellschrauben. Und dann stellt man halt da, wo man meint, dass das nicht auffällt. Und dann, ja. Ich muss das ergänzen, dass es in diesem verschillten Landeszuweisung, das ist ja früher nicht so gewesen, dass das nur nach einem Jahr neuem Renten wurde, als Zahlen nämlich gestiegen sind. Das Land ergelein 90 und hat gesagt, okay, dann prüfen wir eben nach einem halben Jahr schon, wie viel Geld hier bekommen. Und da ging es dann plötzlich, dass man in kurzeren Abständen prüft, wie die verschillten Landeszuweisungen eigentlich beregnet werden sollen. Jetzt ist es wieder mit einem Jahr Verzögerung. Und darauf könnte man auch die Kommune dafür zu kriegen, dass sie dann auch langsam rufen, auch mit anderen Fraktionen und sagen, hallo, niemals Land, macht mal diese Berechnungszahlen morgen mit kürzeren Abständen. Dann kann man da, wo auch Landesebene, also unnahlich in das Land, da muss ein Druck mehr. Weil das Geld, das man 2014 berechnet würde, sollte dieses erreichen, ist völlig unruhig. Also es geht kürzere Berechnungsfristen, wenn man das möchte. Ja, der Druck ist da, von der kleinsten Fraktion des Landtags, aber der ist halt zu schwach. Ja. Ja. Ja, ich bin da noch. Ja. Generell reden wir ja hier sowieso über Versagsschlüsse an wirklichen Kosten, nach Aussage jetzt von meinem Bürgermeister, in NRW, also circa 20 Prozent der anfallenden Kosten, die circa, und in anderen Bundesländern, gerade Beispiel Bayern, bis zu 80 Prozent, womit dann die Planbarkeit für die Kommunen natürlich eine ganz andere ist. Das, also, die Vergleichbarkeit ist unheimlich schwierig, weil das System in Bayern ganz anders aufgebaut ist, als in Nordrhein-Westfalen. Es gibt Länder, die zahlen 100 Prozent der Aufwendung, es gibt Länder wie Nordrhein-Westfalen, die machen halt einen Teil, wo Bürgermeister sagen, es sind 20 Prozent, es sind 30 Prozent. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es schon eine Ecke mehr. Man kann das klein rechnen, je nachdem, wie groß man die Menge der Flüchtlinge macht, weil es gibt Flüchtlinge nach Flüchtlingsaufnahmegesetz und es gibt Flüchtlinge insgesamt, weil es gibt auch die Zahl der Geduldeten, wo das Land nichts zahlt. Also das ist, da wird viel Politik gemacht. Fakt ist schon, dass im Moment eine ganze Schippe mehr gezahlt wird vom Land, allerdings mit mehr Flüchtlingen, also sie hatten gar keine andere Chance, als mehr zu zahlen. Was ich sehr spannend finde, ist, es ist jetzt schon absehbar, dass die nächste Zahl für 2016 ja erheblich höher wird als diese hier, die Flüchtlinge, Flüchtlingszahlen aber nicht mehr diesen großen Sprung machen, vermutlich. Also es wird perspektivisch ein bisschen höheren Deckungsbeitrag geben für die Kommunen im nächsten Jahr, nach jetzigem Stand. Aber wer weiß, was noch passiert, wenn die Flüchtlingszahlen sich nochmal so sprunghaft erhöhen, wie vom letzten Jahr zu diesem, wie vom 13 zu 14, wird es auch nicht reichen. Egal, ist Zukunft, wissen wir nicht. Noch ganz kurz, andere Töpfe, ich habe gerade gesagt, für die Geduldeten gibt es nichts, Entschuldigung, ist nicht ganz richtig. Es gibt 990 im Quartal plus 46 für besonderen Betreuungsaufwand, allerdings jeweils nur für die ersten drei Jahre. So lange braucht es aber überhaupt erstmal, bis jemand zum Geduldeten wird. Das heißt, man muss eigentlich sagen, für Geduldete in den Kommunen gibt es halt vom Land nichts. Dann gibt es eine pauschalierte Sonderzahlung. Die ist entstanden auf Basis des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt ja für die Versorgung Geld unterhalb des Hartz-IV-Niveaus vom Bund für die Flüchtlinge in den Kommunen. Und es gab ja das Verfassungsgerichtsurteil, wo gesagt wurde, Flüchtlinge dürfen nicht anders gestellt werden als Menschen in Deutschland. Das heißt, dieses Lebensminimum muss auch den Flüchtlingen gewährt werden. Da hat man sich gewährt bis zuletzt. Man wehrt sich immer noch. Man macht immer alle möglichen Abzüge. Letztes Jahr, Ende letzten Jahres hat es eine Anpassung des Asylbewerberlastes gegeben, wo der Satz angepasst wurde, etwas erhöht wurde. Ich glaube, 20 Prozent unterhalb von Hartz IV ist er jetzt. Bis zur Anpassung dieses Satzes hat das Land diese pauschalierte Sonderzahlung geleistet. Jetzt haben sie die aber, obwohl diese Anpassung im letzten Jahr gelaufen ist vom Bund, trotzdem für dieses Jahr immer noch im Gesetz drin. Finde ich persönlich ein bisschen eigenartig, weil sie hätten es auch streichen können. Politisch glaube ich, wäre es nicht möglich gewesen, dass sie streichen. Von der Begründung, warum diese Sonderzahlung existiert, hätte man sie streichen können. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht durchsetzbar. Insofern ist es gut, dass sie noch existiert. Und wir werden sehen, was in der kommenden, für das neue Flüchtlingsaufnahmegesetz im nächsten Jahr zu dieser Zahlung besprochen wird. Dann haben wir noch ganz anderen Punkt, die die Kostenerstattung für Jugendhilfe, wir haben eine relativ große Zahl, das heißt relativ, wir haben Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, umf, die zahlen werden, oder das Geld wird vom Land nach Abrechnung voll erstattet. Da wird, da hört man aber auch, glaube ich, auch bei euch in Kommunen nie etwas drüber, weil das ist schon immer so gewesen. Ja, das sind die Zahlen vom Land. Und jetzt das Spannende, was sagt die Kommune? Weil man sagt, die Kommune hat halt auch Geld, kriegt halt diverse Zuweisungen vom Land, hat Aufgaben, hat Pflichtaufgaben, die per Gesetz definiert sind, wo halt auch die Flüchtlingsunterbringung zu gehört. Und das muss sie halt leisten. Wie auch immer. Ja. Nur nochmal zu Verständnis, also da geht es aber nicht nur, wenn es die Kosten jetzt betrifft, nicht nur um die Notunterkünfte oder so, sondern auch allgemein Unterbringung in Wohnhäusern oder die, eben die Auflistung dieser zentralen Unterbringungseinrichtung und der Notunterkünfte. Das sind alles Unterbringungseinrichtungen des Landes gewesen. Das heißt, wo das Land 100 Prozent vom Land betrieben werden, wo für die Kommunen überhaupt nichts, überhaupt gar keine Kosten anfallen. Erst wenn die Menschen da rauskommen und verteilt werden auf die Kommunen, dann sind die Kommunen am Zug. Die Kommunen haben selber in der Hand, ob sie Gemeinschaftsunterkünfte machen, ob sie Wohnungsunterbringungen machen, ob sie Container, was auch immer. Da gibt es keine Vorgaben, leider. Das ist, wie gesagt, ein Punkt, wo wir halt drüber reden, dass wir Standards für Nordrhein-Westfalen insgesamt festlegen. Das heißt, für Land und Kommune, wie die Unterbringung zu regeln ist, im Moment gibt es das nicht. Jede Kommune kann selber entscheiden, wie sie die zugeteilte Anzahl von Flüchtlingen unterbringt. So, ein kleiner Schlenker, den wir aber vielleicht nur ganz... Ja? Also das Land zahlt nicht nur für Ersteinrichtungen, sondern auch für die ZUE, also für die 100 Prozent? Ja. Weil, nochmal, die Erstaufnahmeeinrichtungen und die ZUE sind Landeseinrichtungen, die nur dazu da sind, die Verfahren in Gang zu bringen. Das heißt, die Flüchtlinge in Gemeinschaftsuntergründen zu haben, weil sie sehr viele Interviews machen müssen, Untersuchungen machen müssen und so weiter, bis man halt klar ist, was halt weiter passiert, wie lange ein Verfahren dauert. Dann werden sie auf die Kommunen verteilt und sind raus aus der Landesverantwortung und in dem Bereich der Kommunen. Gut, Gesundheitsversorgung ist eigentlich relativ einfach. Liegt bei den Kommunen. Da gab es große Diskussionen immer wieder, dass sie manche Kosten, also manche Patienten sehr, sehr hohe Kosten verursachen. Ja, das ist richtig. Da hatten wir sogar extra eine Anhörung drüber. Man wollte sich nie äußern, wie viele Leute das sind, die hohe Kosten verursachen. Wir haben dann durch bohrendes Nachfragen mal rausgekriegt, weil es sind so Zahlen über 100.000 Euro und das können wir uns gar nicht leisten, kleine Kommune und dann geht man pleite mit 100.000 Euro pro Jahr nur an Krankheitskosten für einen Patienten und das geht alles überhaupt nicht. Wir haben rausgefunden, dass es genau fünf gab, die tatsächlich so schwere Probleme hatten, dass sie so eine teure Behandlung brauchten in ganz Nordrhein-Westfalen fünf, über 100.000 Euro. Trotzdem, das ist grundsätzlich okay, gibt es jetzt nach dem Flüchtlingsgipfel einen Fonds von drei Millionen Euro, mit dem halt abgefedert wird ein bisschen, wenn große, wenn schwere Krankheitsfälle in den Kommunen bei Flüchtlingen passieren, dass halt ein Teil der Kosten übernommen wird. Allerdings wird das auch wieder eine sehr kleine Zahl von Menschen betreffen. Es werden nämlich tatsächlich nur die Kosten, die oberhalb von 70.000 Euro sind, vom Land übernommen. Ich finde, das ist ziemlich armselig. Es wurde im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens noch von einer Grenze von 50.000 gesprochen. Das wäre über den Daumen nach der Erfahrung von den letzten Jahren ungefähr 5 Millionen Euro gewesen, die da zusammengekommen wären. Das hätte das Land machen können. Das ist für einige Kommunen sicherlich eine große Entlastung. Aber nee, es sind 70.000. Es ist beschämend. Da hat zum Beispiel Hessen eine andere Regelung. Da zahlt das Land alles, was über knapp 10.000 Euro ist. Da sind wir hier noch am Bohren, aber mit einem anderen System, nämlich eine Krankenkarte für Flüchtlinge. Das ist natürlich auch nur eine Verlagerung der Kosten. Das heißt, da geht es darum, mit den Krankenkassen Vereinbarungen zu treffen, dass die Kassenleistungen bekommen, dass es über das Gesamtsystem abgerechnet wird. Ganz klar ist es eine Kostenerhöhung für das Gesamtsystem, weil mehr Leute da sind, die Kosten verursachen, aber gezahlt werden muss es sowieso. Für die einzelne Kommune ist es sicherlich besser, wenn die Kosten für Krankenbehandlung auf eine größere Zahl vom Beitragszahlern verteilt ist. Sprich, im deutschen Gesundheitssystem verankert ist. Dazu werden wir im April eine Anhörung im Landtag haben. Es gibt Tendenzen aus anderen Bundesländern. Niedersachsen macht so was. Bremen, das Bremer Modell, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Es gibt auch innerhalb Nordrhein-Westfalen schon einzelne Kreise, die darüber reden und wir wollen es halt gerne, dass das Land das initiiert, dass das flächendeckend in Nordrhein-Westfalen eingeführt wird. Das ist eine Initiative von uns, ja. Also es hat das vor zwei Jahren schon mal gegeben, nee, vor, Entschuldigung, also im letzten Landtag schon mal gegeben, da haben das die Linken bis zu einer Vorgespräch gebracht, da haben die Krankenkassen abgelehnt und gesagt, nee, das können wir nicht, aber aus systemischen Gründen. Das System hat sich eigentlich nicht geändert, aber es zeigen halt andere Länder, dass es funktioniert und dass es gemacht wird. Niedersachsen ist wie gesagt dabei. Das ist eine ganz normale Krankenkassenkarte, also das heißt, dass die Krankenkassen normale Karten aufsteigen. So ist der Plan, die gibt es ja noch nicht. Oder ist das eine Spezialkarte? das ist Das gewünscht wäre eine ganz normale Krankenkassenkarte. Das heißt, dann wird es auch so sein, dass die Krankenkassenkarte ausgleichen von der Kommune bekommen. Das zum Beispiel, so kann man das machen, das ist das Bremer Modell, dass der Vertrag mit der Kommune mit dem Kreis geschlossen wird. Gibt es da schon länger? Oder gibt es da schon Zahlen? Das gibt es ja noch nicht. Also das Modell gibt es in Bremen. Ja, sind da die Kosten gespielt? Wenn das so aussehen, dass die die Krankenkarte kriegen und die Stadt oder das Land eine gewisse pauschale an die Krankenkarte zahlt, so ein Umgangssystem und die Das sind halt mehr Schultern, die das Und jeder guckt, dass er einen schnitt macht. Wie gesagt, für die Kommune letztlich wird das halt ein Stückchen preiswerter. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht die Reihenfolge. Das ist sicherlich eine Verbundgeschichte, da geht es jetzt nicht um Wettbewerb zwischen AOK und DBK oder so. Wer kriegt das? Ich? 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 Nein. Das hatte ich nicht gedacht. Dann können die auch die Krankenkassen besuchen, es geht eher in diese Richtung, aber das ist wie gesagt, das ist ein Detail, der sich im weiteren Verfahren ergeben wird. Das wird sicherlich aufgeteilt, so dass es halt wie gesagt mal solidarisch wie möglich funktioniert. Es wird sicherlich nicht eine Flüchtlingskrankenkasse gegründet. Das ist Quatsch. Es gibt eine ganz einfache Sache. Die Kassen sind ja an den Gesundheitsfonds angeschlossen. Und über den werden die Summen ja sowieso pausalisiert und dann die Kassen nach Schwere der Krankheitsfälle wieder zurück gespielt. Eine Kasse behält ihre Beiträge ja gar nicht mehr. Und so wäre es hierbei genauso. Damit ist es quasi marginal in welche Kasse die einträgt. Das sind minimale Geld sondern die Zusatzleistungen zum Beispiel die jeder abringt muss. Also es wäre sicherlich eher nicht eine freie Kassenwahl weil ich glaube die Menschen haben andere Gedanken wenn die nach hier kommen als mit der Auswahl der Krankenkassen zu beschäftigen sondern eher eine Leistung von der Kommune so eine Karte zu verteilen und einfach das Prozedere einfacher zu machen überhaupt mal zum Arzt zu gehen was im Moment ja unglaublich schwierig ist erstmal eine Genehmigung zu bekommen zu einem Arzt zu gehen und so weiter also das soll damit auch erledigt werden 10 Minuten Maximum ja ich bin eigentlich ja ich bin eigentlich schon fast am Ende ich habe da jetzt nicht die noch nie da gewesenen Rezepte für euch sondern eigentlich die Selbstverständlichkeiten die wir aber auch schon leben und was ich jetzt hier aus der Diskussion eigentlich auch schon rausgehört habe dass ihr wisst worauf das ankommt dass man halt mit den Menschen reden muss dass man halt die auch mit den Bürgern logischerweise reden muss das ein Punkt der mir wichtig ist im Landtag und möchte ich euch auch nahe bringen dass wir uns um die Standards kümmern dass wir einfach nicht akzeptieren wenn in den Kommunen halt außerhalb der Stadtgrenzen verrottete Containerdörfer genutzt werden für Flüchtlingsunterbringung das muss thematisiert werden im Rat das darf finde ich dürfen wir uns nicht leisten so mit diesen Menschen umzugehen ja aber ich sag mal wo wir nicht sind die Piraten ich wohne erst ein halbes Jahr in Dortmund ich komme vom Land Warburg also wir sind der letzte Ort in Nordrhein-Westfalen und da war leider nicht viel ich glaube ich war der einzige da und da ist es so da ist es wirklich an denen die sind in eine Kaserne reingepackt die außerhalb ist da ist schon mal das große Problem irgendwo hinzukommen ja und da ist keiner der sich ehrenamtlich darum kümmert weil ich sag mal die anderen Parteien und sowas da gibt es keinen da unten der sich darum kümmert ja wie ich das jetzt hier mitkriege seitdem ich hier wohne hier mit vielen Leuten von der Partei oder was noch selber schon hineingehen das gibt es aber gar nicht das könnt es denn einster oder selbst fünf Leute können das gar nicht machen als Freiwilliger da ans Tor von der Kaserne zu gehen und sagen ich möchte jetzt hier und da meine ich da müsste auch von Hörerinstanz mal was sein dass da eine Möglichkeit irgendwie geschaffen wird weil da ist wirklich da ist in der Kaserne sind die drin und die sind abgeschattet die haben gesagt selbst zu Fuß sind die einen halben Tag unterwegs um in die Stadt zu kommen da war wo ich ja also erstmal erstmal habe ich ein Problem wo alles gern ablaufen zu lassen da habe ich mir das größte Problem mit zweitens ich sage jetzt mal um die Leute in die Stadt zu kriegen brauchst du immer irgendwie ein Auto oder eine ÖPNV die kosten dann irgendwann mal Geld also muss es dann irgendwo finanziert werden ja und entschuldigung möchte ich das so lapidar sein auch da wird seit drei Jahren wird in der Kernstadt werden neue Laster gelegt kostet glaube ich 600 Euro der Quadratmeter aus irgendein Kalkstein du hast ja nicht gesehen also Geld da in der Kronebau und die Frauen ist kein Thema aber das sind ja ganz genau die Punkte da muss es halt ein oder zwei Leute geben die was starten ich bin doch jetzt hier hingezogen ich bin doch leider nicht ne aber als bein ich meine klar man muss dass es solche Orte gibt ich bin der Meinung wenn man kann ich habe ein Problem wenn die freien große Verbände die unter Schädten immer nur drauf gucken dass sie Kohle vom Land kriegen und die 50% dessen was sie tun ist über Ehrenablauf zu lassen dann kostet sich dann irgendwann mal die Gelder versickern dann irgendwo anders ich weiß nicht wie viel Geld dafür da ist um die Leute zu bezahlen aber irgendwann kostet das noch Geld und wenn du Leute draußen von denen du Arbeit haben willst dann kannst du nicht sagen lieber Ehrenablauf dann mach das mal wir stellen hier zwei, drei Leute ein die haben Sozialarbeit studiert die sitzt in deinem Büro und die wirkliche Arbeit die Leute rumzufahren und zu helfen oder was auch immer die die Arbeit machen die machen das in Ehrenabend nicht die kriegen dann eine Ehrenamtkarte und machen Butterbrot und Ei wenn sie Glück haben dann hat sich das einmal im Jahr eingeladen da muss man auch mit Kohle rausgetan werden ja ich denke wir vermischen gerade ein bisschen Standards Unterkunft und Betreuung der Person bei den Unwillkommenskultur fördern da gehört natürlich auch eine Aufnahme insgesamt in die Kommune mit dazu wie kann ich die Leute dann sozial betreuen wie bringe ich sie unter da sind wir bei der Unterbringung gerade und ich denke gerade da fehlt es an vielen Stellen an Standards für die Kommunen die sie vorhalten müssen Beispiel Neukirchen-Frühn wir haben eine Obdachlosenunterkunft mit zur Zeit 80 Personen belegt ausgelegt auf 60 Obdachlose wir haben in Neukirchen-Frühn keine Möglichkeiten mehr Obdachlose unterzubringen gleichzeitig bekommen wir eine Zuweisung demnächst auf 200 Flüchtlinge und Asylbewerber insgesamt das heißt wir mussten eine andere Unterkunft noch zusätzlich finden also eine alte nicht mehr genutzte Schule wird umgebaut wobei für jeden Menschen der dort untergebracht ist in dem einzelnen Bereich 5 Quadratmeter vorgesehen sind das ist göttlich es werden nachher 4 Quadratmeter werden weil die Menschen sonst gar nicht alle da unterkommen gleichzeitig sind die alten Unterkünfte so desolat und marode und gesundheitsgefährdend inzwischen dass dort auch saniert werden muss nur bei den ganzen Sanierungen und Umbaukosten bleiben die Menschen irgendwo auf der Strecke und da erwarte ich einfach vom Land dass nicht nur die 17% die wir in Neukirchen-Frühn bekommen an Umrechnungsschlüssel ein bisschen bleibt natürlich auch noch im Kreis sondern die geballte Ladung der Zahlung und der zur Verfügung gestellten Gelder vom Bund durchgeschlüsselt werden endlich voll durchgeschlüsselt werden bis unten und nicht noch zusätzlich für irgendwelche Informationsveranstaltungen vom Land hängen bleiben das ist eine Geschichte die macht sich überhaupt keiner mal Gedanken drüber wie viel Geld das eigentlich den Kommunen zum Strecke und da hängen das ist Gewalt es werden ja Gelder gezahlt das haben wir Gelder gezahlt die haben wir hier gelebt und wenn gesagt wird dass die Gelder da nicht richtig ankommen wo sie eigentlich hin sollen so was ich ja verstanden habe hier jetzt so dann stimmt das eher was nicht ich will nicht sagen dass die Gelder irgendeine Tasche für die Wirtschaft Nein, nein, nein gut also mehr Geld ist immer notwendig sowohl das Land braucht mehr Geld wie auch die Kommunen brauchen mehr Geld das ist schwieriges Thema weil ich als Land ja hier stehe und ihr seid alle Kommunen und es ist völlig üblich dass die Kommune immer sagt her damit da können wir ja den Haushalten der Kommunen festmachen die in überwiegender Anzahl mittlerweile Sicherungsrezepte mindestens Sicherungsrezepte vorliegen also wir sind auch ich bin auch der Meinung es hat der Meinung es hat ja vom im letzten Jahr vom Bund eine Anführungsstrichen Sonderzahlung gegeben weil sich die Länder haben kaufen lassen meine Ausdrucksweise für den neuen Asylkompromiss das heißt Serbien, Bosnien, Herzegovina, Montenegro und so weiter zu sicheren Herkunftsländern zu machen gab es halt 500 Millionen auf die Hand 100 Millionen für NRW davon hat sich das Land 50 Millionen genommen und gesagt davon zahlen sie also haben sie mit 50 Millionen ihre Leistungen an die Kommunen die sie schon eingeplant hatten praktisch bezahlt und da haben wir auch einen Streit gehabt dass das Geld natürlich auch an die Kommunen fließen muss haben wir verloren den Streit CDU hat das auch zu ihrem Thema gemacht weil es natürlich viele CDU-Bürgermeister gibt so haben wir verloren weil es ist natürlich klar SPD und Grüne müssen ihre Landesausgaben auch finanzieren das haben die also für sich behalten wir werden die Diskussion weiterführen dass es mehr Geld für die Kommunen geben muss weil wir Standards eingehalten haben wollen aber wie gesagt wir haben nicht die Mehrheit es ist so dass die das Land das einfach nicht bezahlen kann bezahlen will das ist halt diese diese unselige Diskussion wir können das Geld auch nicht schnitzen es ist auch jetzt wenig nicht zielführend darüber weiter zu reden vielmehr sollten wir darüber reden was wir noch wie auch innerhalb der Kommune vielleicht Dinge umverteilt werden können wenn es hier um Pflaster von 600 Euro im Quadratmeter geht dann muss man auch in der Kommune im Rat mal die Frage stellen ob das denn legitim ist wenn halt das auszugeben wenn halt an anderer Stelle halt alte Holzbaracken für die Flüchtlingsunterbringung in der gleichen Kommune verwendet werden da muss sich dann der Bürgermeister oder die Mehrheit im Rat mal zu äußern wie sie denn dazu stehen ich glaube da wie gesagt ist auch noch ein bisschen was stehen zum Pflastern ja gut weil sie es können ja weil sie es können das ist ein ganz wichtiger Punkt auf den man achten sollte in den Kommunen gerade wenn halt Schulen oder sowas umgebaut werden was ja immer wieder mal vorkommt das Klassenzimmer halt mit drei, vier bis zu neun Leuten belegt werden ganz wichtig ist bei so einer Gemeinschaftsunterbringung es muss Räume geben wo sich die Menschen begegnen können das muss da vorhanden sein man kann nicht alles zur Wohnung machen es muss Hauswirtschaftsräume geben und diese Sachen ganz wichtiger Punkt da haben wir nämlich obwohl wir keine Standards definiert haben doch ein paar Sachen in den vorhandenen Gesetzen in den vorhandenen Regelungen es gibt in Deutschland Regeln für Gemeinschaftsunterkünfte und zwar Hygiene Hygieneplan genannt wie Gemeinschaftsunterkünfte gepflegt werden müssen was da vorhanden sein muss mit Waschstellen wie viele Toiletten und so weiter das möchte man nicht gerne da möchte man nicht gerne Auskunft erteilen aber diese Pläne oder diese Regeln gelten halt für Gemeinschaftsunterkünfte und die gelten nicht nur für Jugendherbergen oder solche Sachen sondern die gelten halt auch für Flüchtlingsunterbringungen das kann man nachlesen das ist der Kreis der für diese Sachen zuständig ist Gesundheit den kann man auffordern die Hygienepläne mal für die Gemeinschaftsunterkünfte die im Kreis vorhanden sind vorzulegen so dann genau Gesundheitsämter dann denke ich mir mal wird der ein oder andere ins Schleudern kommen das ein oder andere Amt weil sich nämlich darum nicht kümmern ich kann dazu Auskunft geben weil ich im Kreistag sitze wir haben tatsächlich so einen Hygieneplan vorgelegt worden ist als Rahmenplan für die Gemeinden die verabschiedung der Kreisachter tatsächlich tun ich drauf dass bei jeder Gemeinschaftsunterkunft die eingehalten wird es gehen also Leute von den Gesundheitskünften raus wenn jetzt zum Beispiel meine Heimatgemeinde und sagen ihr müsst die und die Faktoren noch anfassen sonst ist eure Unterkunft gar nicht genehmigungsfähig dann geben wir euch den Stempel nicht das gleiche Spiel geht dann außerdem auch wiederum für das Bauordnungsamt des Kreises das bei den kleinen Thema Brandschutz und so weiter das Schlimme ist das muss halt jemand da muss jemand drauf achten es gibt auch Kommunen die kommen von selber drauf die wissen dass sie das beachten müssen aber es gibt halt auch welche solange keiner was sagt also das wäre ein das ist ein Hebel um zumindest die schlimmsten Dinge möglicherweise abzustellen was ist die Rechtsgrundlage dafür dass es doch einen Hygieneplan geben muss wo man noch überweisen kann wie heißt das das ist gerade war es noch da muss der Hygieneplan wie heißt das denn Entschuldigung ist gerade ist gerade ist gerade weg gebe ich dir ähm ist verschwunden shit ich hätte da zuschreiben ja das heißt ja das heißt noch nicht Gesundheitsgesetz das heißt anders äh so ähnlich so ähnlich ich habe es tatsächlich vergessen aufzuschreiben ähm aber das ist ein lange gültiges Gesetz also das ist äh so nächster ähm wo wir gerade bei Gesetzen sind das hat Bauordnung ist geändert worden im letzten Jahr ähm bisher gilt wer schon immer mal ein Loft im Gewerbegebiet haben wollte weiß dass es ganz schwierig ist wenn man da nicht wohnen darf ich hatte das mal vor 20 Jahren ähm und ähm da hat man jetzt halt was geändert dass also es auch möglich ist Sammelunterkünfte in Gewerbegebieten zu bauen um es mal ganz plakativ auszudrücken nicht zu bauen doch auch zu bauen aber auch äh umzunutzen zum Beispiel leerstehende Bürogebäude eine ganz grauselige Geschichte weil üblicherweise äh in Gewerbegebieten es da zwar durchaus falsch geplante Büroimmobilien gibt die leer stehen teilweise auch sehr lange aber die sich auch äh sowohl umgebungsmäßig wie auch vom Bau selber nicht für eine Flüchtlingsunterbringung eignen Recht nach dem geänderten Recht wäre es aber möglich im Moment ähm solche Gebäude zu nutzen und äh vorübergehend halt äh umzubauen das ist ein Recht was fünf Jahre lang jetzt äh gelten soll und äh es gibt halt Tendenzen von einigen Gemeinden die gucken halt äh äh in ihrer äh äh Umgebung ob sie da Flächen finden da würde ich halt auch darum bitten ein Auge drauf zu halten ein sehr kritisches Auge drauf zu halten dass äh ähm da nicht äh der Punkt ist ja auch weg ne aus den Augen äh ist nicht in der Stadt keine sind keine keine Wohnbebauung in der Gegend also die Leute die Menschen sind halt so weggeschoben äh das ist sicherlich nicht förderlich für die Integration das ist nicht förderlich für den äh Umgang mit den Flüchtlingen und die Gebäude selber eignen sich in der Regel auch äh nicht für eine vernünftige Unterbringung jetzt habe ich mal eine kretzerische Frage ja äh jede Firma hat ja schon mal eine regle Kantine wenn es ein etwas größerer Bau ist und dann könnte man ja schon gut als Gemeinschaftsraum deklarieren vielleicht auch als Hauswirtschaftsraum weil eine kleine Küche ist da auch schon mal geeignet gibt es da besondere Quadratmeterzahlen oder für diese Sachen oder einfach nur muss der Raum verhandeln egal wie groß äh es gibt wie gesagt die Standards gibt es nicht es gibt aus dem äh aus den Vorschriften für die Gemeinschaftsräume also was den Hygieneplan angeht gibt es keine Größe Größenangabe für Küchen oder sowas das nicht ähm also im Motto da ist ein Küche das Wasseranschluss und ein Behälter und dass die Küche egal wie groß die Küche ist okay aber sie muss sich halt immer eignen also sie muss sich nur als Küche eignen ne auch für die für den geplanten Zweck ich meine eine Kantine eignet sich sicherlich um 100 Menschen also je nachdem wie groß die Firma ist um 100 Menschen zu versorgen das ist keine Frage aber eignet sich das auch um äh dieses Gebäude auch um zu wohnen zum Beispiel tut es in der Regel nämlich nicht weil es ein Büro ist ja was ist mit sanitären Einrichtungen gibt es dann nur äh ja eine oder je nachdem wie groß es ist ja natürlich ja aber das ist halt ähm also man kann sicherlich jedes Gebäude irgendwo umbauen das ist immer die Frage in den Schulen ist es ja auch so äh dass da keine Stufen sind dann wird äh äh Duschcontainer aufgestellt ne naja ja und dann fangen wir schon wieder an ne also da werden halt Container aufgestellt die sind draußen auf dem Hof ne man kann es ja nicht im Raum unter im Gebäude unterbringen man kann alles irgendwo so bauen dass es irgendwelchen dass es irgendwie geht die Frage ist ob man das so machen sollte ob das richtig ist also ich finde nicht dass es richtig ist gerade bei den Umbauten die wirklich Notlösung sein sollten ja sollte jeder jede Kommune drauf achten innerhalb der Gebäude mindestens Toiletten vorzuhalten klar damit die Leute in den Nachtzeiten nicht rausrennen müssen ja und getrennt ne gender getrennt auf jeder Etage ja grundsätzliches äh Thema ist auch so wenig Gemeinschaftsunterbringung wie möglich jede Gemeinde braucht irgendwo eine Gemeinschaftsunterbringung weil auch nicht äh alle Menschen in in Wohnungen ähm ähm passen weil Wohnungen sind halt äh für Familien in erster Linie also das wäre immer vorzuziehen wenn eine Familie da ist dass sie in der Wohnung untergebracht wird wenn jetzt aber äh viele weiß ich nicht es gibt ja viele äh Männer die erstmal halt hier hinkommen und dann irgendwann versuchen ihre Familie nachzuholen oder sowas da ist eine normale Wohnung vielleicht nicht so geeignet also das ist immer so eine ein zwei Geschichte was geeignet ist für die für die Unterbringung Gewerbe Quatsch äh Gemeinschaftsunterkünfte muss eine Kommune sicherlich irgendwo haben aber die müssen auch so sein dass sie die Menschen nicht ausgrenzen also wie gesagt ein leerstehendes Bürogebäude was man äh im Gewerbegebiet abgelegen ohne ÖPNV Verbindung abends vielleicht sogar äh ist keine gute Flüchtlingsunterbringung ja finde ich ja ganz letztlicher Faktor ist der bei der Gemeinde anfragen welche Art von Flüchtlingen zugewiesen werden da gibt es nämlich Unterschiede so kommt zum Beispiel meine Heimatgemeinde hauptsächlich alleinstehende Männer zugewiesen das sind vielen Gemeinden gerade in kleineren so in denen ein klein bisschen zu helfen im Großen sieht das häufig anders aus als die die Familien zugewiesen so bei den alleinstehenden Männern ist das in der Regel einfacher eine Sammelunterkunft zum Beispiel als bei Familien dann ist eine Wundungsunterbringung dann eindeutig sinnvoller da muss man also tatsächlich nachfragen Familien generell in Sammelunterkunft müssen die ganz anders sein und dann kommt es auch wieder an was wird da zusammengeschmissen an verschiedenen Ethnien die herkommen also da es gibt nicht so eine Regel dass kleinere Gemeinden eher Alleinreisende kriegen das ist sehr ja das wird immer wieder immer wieder anders sein da gibt es nicht so eine pauschale Regel die Gemeinde kriegt immer so jemanden so funktioniert das nicht weil dazu gibt es zu viele und zu unterschiedliche Situationen aber es wird schon geguckt dass es irgendwo passt das ist ja auch im Interesse der Menschen die das halt verteilen das bringt ja nichts Probleme zu verursachen aber es gibt auch Grenzen wo man halt auswählen kann also die Situation der Zuwachs ist ja für die für viele Kommunen so Alter Name Geschlecht mehr nicht kein Hinweis auf irgendeine Herkunft ja was gerade jedoch für die Unterbringung von Wichtigkeit sein kann um eben Auseinandersetzungen im Vorfeld schon zu vermeiden dadurch dass man unterschiedliche Ethnien oder Leute die sich irgendwo mal gegenseitig bekämpft haben gemeinsam in einen Raum sperrt nenne ich bewusst so und dann sich selber überlässt also von daher wäre es für die Gemeinden schon wichtig haben wir unterschiedliche Glaubensrichtungen haben wir unterschiedliche Ethnien um dann eventuell auch innerhalb der Kommunen Sorge dafür zu tragen wirklich problemfreie Unterbringung zu schaffen ja also es macht durchaus Sinn die Leute zu mischen also dass die aus verschiedenen Bereichen kommen auch unterschiedliche Ethnien kommen und so weiter wenn die dort ankommen sind die erstmal sowieso platt also die müssen sich erstmal sowieso akklamatisieren und wenn bestimmte Gruppen wenn da mehrere sind dann gibt es in der Regel mehr zusammen sind dann gibt es eher mehr Probleme als wenn die untereinander sind es gibt ganz selten dass wirklich die sich dann auf Blut bekriegen sondern die sind froh da raus zu sein und der Regel können die sich sogar austauschen also das ist zumindest die Erfahrung die bis jetzt in Dortmund gemacht worden sind und es gibt Probleme also diese Geschichte alleinstehende Männer und so weiter es gibt ja auch Störfaktoren außerhalb der Flüchtlingsheime also es gibt halt gewisse politische Ausrichtungen die versuchen dann halt zum Beispiel bei diesen Begehungen wenn es um bestimmte Themen geht das als Störpunkt immer mit einzubringen gerade ja die haben jetzt hier in dieser Umgebung Kinder und so aber sie schicken uns jetzt ja alle einstehende Männer aber die hat oft gesagt ja wir könnten nicht ausschließen dass es ein paar alleinstehende Männer sind aber wenn wir wissen wir haben eine Umgebung wo viele Familienkinder Schulen und so weiter sind versucht man auch natürlich Kinder reich oder die Familien mit Kindern dort auch weiter zu finden das sind also diese Störer Geschichten dann gibt es natürlich glaube ich die Jüdekommune macht es ja unterschiedlich das Konzept wie lange die auch in den Heimen untergebracht werden also in Dortmund ist es halt so dass das Ziel ist möglichst kurz eben dort in den Heimen was aber das Problem ist natürlich der Wohnungsmarkt der Druck ist eben bei sowohl bei den großen Wohnungen für die Kinder Reichen von denen halt schwierig das ist es sowieso schon und eben bei den kleineren Wohnungen die natürlich auch bezahlt werden müssen es gibt halt große Wohnungen da aber dann zahlt den Buch sowohl von den Leuten die es leistet aber auch von den Reichen und das sind immer so Sachen die natürlich dann immer mit reinspielen die aktuelle Wohnungsituation also das ist alles in der Kommune dann auch so so kleinteilig Einzelfälle sind das die die angeguckt werden müssen also in Köln wird das Auszugsmanagement genannt das ist eine Stelle in der Verwaltung die sich halt darum kümmert wen man wo unterbringen kann eine Stelle die sich die in Kontakt ist mit Vermietern die Wohnungen sucht und dann guckt aus dem Flüchtling die jetzt halt gerade da sind wer passt am besten dahin wer passt dahin wer passt dahin also wirklich im Einzelfall sich kümmern ist ein ganz wichtiger Punkt und dass in der Stelle in der Verwaltung sich jemand dafür eine Verantwortung hat und sich kümmert das wäre ein ganz ganz wichtiger Punkt das gibt es noch nicht überall allerdings grundsätzlich die Erkenntnis dass eine Wohnungsunterbringung gut ist sowohl für das Budget der Kommune wie auch für das gute Zusammenleben mit den Flüchtlingen das hat sich jetzt so langsam eigentlich rumgesprochen weil die Gemeinschaftsunterkunft ist nicht preiswert eine Wohnung ist in aller Regel die preiswerteste Unterbringung ja insofern kümmern im Einzelnen und jeder Fall ist anders man weiß nie wer sich verträgt wer sich nicht verträgt das muss man halt dann auch immer mal ad hoc entscheiden und in Arnsberg eine Aufteilung zu machen diese Ethnien nach da und die nach da ist glaube ich keine so gute Idee nein nicht in Arnsberg nur dass die Kommunen die ja schon die kümmern sich das sind Praktiker die kümmern sich schon die Kommunen die in ihren Bereichen Erfahrung haben in der Unterbringung oder mit der Unterbringung wenn sie die Komponente Ethnie oder Glaubensrichtung mit dabei hätten könnten die vermeiden in Problemfällen die Unterbringung so zu machen wie sie eben zu Problemen führt und das ist der Punkt dabei die bekommen zu wenig Kriterien die Info ist da die hängt nur vom Engageur des Mitarbeiters ab es gibt eine Schlüsselnummer das steht bei jedem zugewiesenen Fall dabei das stimmt in den meisten Fällen ziemlich genau nur der Mitarbeiter muss sie nachschlagen es steht natürlich explizit drin der kommt von da und da aber wenn er sich die Nummer anguckt dann weiß er von wo er kommt von Anfang an aber das hängt vom Engageur der Mitarbeiter ab und das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen die Leute im Amt und auch jetzt bei Caritas Diakonie die hat Einzelgemeinschaftsunterkünfte betreiben und so weiter der Großteil ist extremst engagiert der ist auch gerade in der jetzigen Zeit mal extremst angespannt einfach weil die Belastung riesig ist wo ich auch voll verstehen kann wenn mal jemand irgendwie nicht mehr kann und ja irgendwie sowas ja ganz schlecht also Hochachtung vor den Menschen das muss man glaube ich auch in der Diskussion im Rat immer mal wieder klar machen was das für eine Belastung ist auch für die Verwaltungsmitarbeiter und wenn es irgendwie geht den Rat oder den Ausschuss vielleicht mal dahin kriegen sich eine Gemeinschaftsunterbringung angucken Seeing is Believing einfach mal selber gucken weil dann kann man anders haben die sicherlich auch schon mal gemacht keine Frage aber jetzt weiß ich nicht vielleicht vielleicht noch mal neu das ist immer sehr wirkungsvoll wirklich die die Realität die Menschen einfach die Menschen zu sehen und weil wir jetzt gerade so über das Zusammenleben gesprochen haben nochmal die Erinnerung aber wir haben es eben schon gesagt die soziale Beratung einfordern einfordern von der Kommune daran erinnern dass es halt diese 4,5% gibt und dass dafür was getan werden muss aber das haben wir ja zwischendurch eben schon mal ausgiebig diskutiert ja so das es gibt Sonderförderung das muss ich allerdings nachliefern über die über die Mailingliste also wir haben Programme um Sprachförderung zu machen das muss da müssen aber von der Kommune muss da halt eine ein Antrag kommen da fehlt mir leider eine Unterlage die habe ich jetzt vergessen das werde ich über die Mailingliste nachschieben also über die Kommunalliste was dafür notwendig ist ist bürokratischer Aufwand ob es denn wirklich was bringt im Endeffekt muss man muss man gucken aber wie gesagt grundsätzlich darauf achten dass die Kommune an der Stelle nicht spart sondern die Menschen halt irgendwo betreut so ja wir haben viel zwischendurch diskutiert ja bitte nochmal also ich habe jetzt hier für nachher vielleicht machen wir gleich erstmal eine kurze Pause ich habe hier einige Listen mit Zahlen weil immer wenn dir die Frage kommt was kriegt die statt was kriegt die statt was kriegt die statt das können wir nachher mal im kleinen auspuzzeln ich gebe euch auch einen Link wo ihr diese Listen runterladen könnt und ja wir reden ja eigentlich gleich noch Sonderfirma ist das nur Besparen Unterricht oder gibt es auch Begegnungsprojekte oder gibt es auch Begegnungsprojekte whatever die Idee muss noch aus der Kommune kommen und dann ja gibt es vielleicht ein paar Kosten und die werden dann halt übernommen so genau ich wollte zu dem Chart kommen aber das das war das vielleicht nach der nach der Pause weitermachen 13.05 Uhr wie sollen wir verbleiben Stunde so wie die anderen Autos sind wir ungefähr synchron okay 14 Uhr ne ist ja okay ihr kennt euch aus hier mit dem Essen unten alles okay gut ja dann haben sich jetzt die Reihen hier wieder ein bisschen gefüllt das ist gut und jetzt hatten wir hier gerade nochmal eine Frage das mache ich das mache ich aber mal wieder weg um um noch mal ins Thema einzusteigen wollte ich nur was zeigen was gar nichts damit zu tun hat im Moment aber ich habe das nicht in den Vortrag eingebaut sondern nur ich wollte nochmal hinweisen auf die Diskussion wenn öffentlich gesagt wird zum Beispiel die Anerkenntnisquote für Menschen aus dem Kosovo die wäre ja nur so klein 0,3% ist wahrscheinlich sogar richtig weil die Statistik haben wir auch nach gleichen Kriterien die Anerkennungsquote von anderen aus anderen Ländern liegt nicht viel anders bei 1,4% oder 1,8% weil da immer mit der Anerkenntnisquote Asylberechtigte politisch Verfolgte argumentiert wird und die ist insgesamt sehr sehr klein und da gibt es halt noch eine ganze Menge andere Gründe hauptsächlich halt humanitäre Gründe warum hier ein Aufenthaltsrecht gewährt wird so müssen wir es ja genau nennen und die politische Verfolgung ist insgesamt nur ein sehr sehr geringer Prozentsatz das wollte ich nur nochmal untergebracht haben das sind aber auch eine von vielen Statistiken die es halt jeden Monat vom BAMF gibt auf den Webseiten da wird man mit Zahlen totgeschlagen ist immer ganz gut sich da mal zu informieren und eine eigene Interpretation der Zahlen zu machen und als andere mit denen man diskutiert im Stadtrat so jetzt ich habe eben eine Tafel noch nicht gezeigt gehabt eine Adresse die man ganz einfach abschreiben kann ganz unten die ja ich habe keinen Shortener gefunden auf die Schrift warum denn nicht die sind ein bisschen kompliziert die sind ein bisschen kompliziert habe ich ja schon gesagt ich kann die ich schicke die rum ich schicke den Link einfach über die Kommunalpolitikliste das ist schade warum nicht kann sich jeder anmelden ich denke ja na gut ist ja freiwillig was ich da ich lasse das jetzt mal stehen da habe ich hinterlegt eine Leistungsbeschreibung des Landes NRW für Landesunterbringung das bezeichnen die als die Standards für die Landesunterbringung wenn man das liest das sind recht vage Umschreibungen wie man so eine Landesunterbringung ausgestalten könnte allerdings stehen da keine Quadratmeterzahlen für Räumlichkeiten drin oder irgendwie so nicht ganz unwichtige Sachen finden da einfach nicht statt was auch noch dabei ist ist eine Vorschlagsliste vom Flüchtlingsrat NRW was die sich unter Standarddefinitionen vorstellen für die Flüchtlingsunterbringung das wird dann auch konkreter was die Räumlichkeiten angeht ich finde das ist ein guter Rahmen um sich daran zu orientieren das ist durchdacht ich zeige das gleich auch noch auf dem Screen da sind ziemlich viele Belange berücksichtigt dann habe ich noch beigelegt etwas wo sich die Landesregierung wieder auch rühmt nach den Vorfällen von Burbach dass die Sicherheitsdienste überprüft werden da sind die Kriterien nachdem die Sicherheitsdienste überprüft werden ist vielleicht für den einen oder anderen hilfreich da mal reinzugucken wobei das auch Selbstverständlichkeiten sind wieder aufgeführt sind und dann habe ich beigelegt als Muster eine kleine Anfrage aus dem Landtag ich weiß nicht ob ihr das System kennt also jeder Abgeordnete kann eine kleine Anfrage an die Landesregierung stellen zu einem bestimmten Thema fünf Fragen und die werden dann beantwortet mehr oder weniger richtig oder mehr oder weniger umfangreich Entschuldigung die CDU-Fraktion bei uns im Ausschuss Kommunalausschuss besonders stellt regelmäßig Anfragen zu den Leistungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe und auch bei anderen an die Kommunen das heißt das was das Land an die Kommunen zahlt das die Frage taucht ja hier auch schon ein paar mal auf was bekommen halt die Kommunen kann man sich daraus ablesen wir haben dann darauf verzichtet diese Frage nochmal zu stellen weil wenn das die CDU macht die Intention warum die Fragen gestellt werden sind immer andere aber ist ja egal die die Zahlen liegen dann halt vor das heißt das ist aufgeschlüsselt für jeden Ort wie viel dieser Umlagen die ich eben erklärt habe und wie viel pauschalisierte Landeszuweisungen ich weiß nicht gerade war ein Ort eben war Duisburg der erste Preis muss ja schnell finden so Duisburg das machen wir gleich im Kleinen das dauert jetzt lange oder habe ich es wie gesagt das ist die Datei ist auch in dem Link versteckt Duisburg Kreisfreie Stadt hat pauschalisierte Landeszuweisungen 2004 in Höhe von 2,355003 genau 2.355.003 Euro 2,355 und hat einen Zuweisungsschlüssel von 2,58 das heißt von den 100% Flüchtlingen die nach NRW kommen kommen 2,58 422 Prozent nach Duisburg ne von 100% Flüchtlingen ich habe eben gesagt das 40.000 43 waren es im letzten Jahr wer schnell im Kopf rechnet ist 2,58 Prozent davon etwas mehr als 10.000 Zahlen aber wir reden ja von Menschen ja tut mir leid ja ich werde aber auch wie gesagt über diese AK Kommunalliste nochmal links zu diesen zu diesen kleinen Anfragen schicken was wir auch machen können kennt ihr das Landtags also das System des Landtags wo da Dokumente abrufbar sind der Landtag hat auch sowas wie ein Ratsinformationssystem wisst ihr wie das wisst ihr damit umzugehen oder soll ich das mal jetzt hier versuchen live zu erklären weil da stecken auch Fragen drin egal wie gehen wir weiter vor ich habe jetzt versucht eben so einen Überblick zu machen wie das System der Flüchtlingsunterbringung und Verteilung strukturiert ist wir sind schon in der Diskussion viel dazu gekommen was bei euch in den Kommunen so los ist wo Probleme sind sollen wir jetzt nochmal untereinander sprechen will jeder nochmal vielleicht was spezielles aus seinem Bereich erzählen mit anderen teilen fände ich interessant eigentlich anderer Vorschlag was wir noch erarbeiten zum ersten Vorschlag hat jemand anders noch einen Bedarf jetzt auch irgendwas geklärt zu haben jetzt in den nächsten ein zwei Stunden noch oder machen wir mit den Erfahrungen weiter 14 14 ihr könnt mich auch immer anschreiben also mit der Adresse klappt das auch ganz gut ich habe drei also die kann ich nicht immer mehr noch egal mich würde interessieren wie viele Flüchtlinge in welcher Situation Corona persönlich zur Verfügung haben 300 genau Betrag habe ich nicht 314 irgendwie sowas ja aber da gibt es auch Unterschiede je nachdem wie die Eigenschaften sind ja es gibt fünf verschiedene Gruppen müsste ich kurz vorbereiten habe ich jetzt nicht hier ganz parat es gibt fünf verschiedene ja Einstufung Alleinreisen Familie solche Sachen das mit den Geldmitteln ist es meistens eigentlich Geld inzwischen geben wir ein Rees und sowas wo das noch anders gehandhabt wird kann ich gleich im Einzelnen klären gut ja dann machen wir einfach mal den Erfahrungsaustausch ok ok ja ja richtig Richtig. Wir sind ja eine Grenzstadt, deswegen ist das bei uns noch mal ein bisschen erheblicher als bei den anderen. Ja, ist richtig. Da wollte ich dann auch noch mal allgemein fragen, wie jetzt, wir haben über Flüchtlinge gesprochen, allgemein, ob das, was wir dann noch mal beachten müssen bei URM. Die werden ganz anders behandelt, weil da ist eigentlich sofort das Jugendamt zuständig. Die fallen eigentlich gar nicht in diese normale Flüchtlingsunterbringung sowieso nicht, weil sie halt besonderer Obhut bedürfen, aber halt besonderer Betreuung auch. Das ist richtig mit Aachen als Grenzstadt, weil die fallen halt Bundespolizei, genau, das ist auch eine Bundespolizeistation, das ist auch Kempten, ist auch noch so ein Ort, wo sehr viele anfallen, weil halt auch da die Bundespolizei einen Standort hat, durch die Kontrollen im Zug und so weiter. Da gibt es gerade eine Diskussion, die, weil die Städte tatsächlich stark belastet sind und Probleme haben mit der Unterbringung. Also die in Hotels zu stecken, das geht eigentlich gar nicht. Die brauchen ja auch ganz besondere Betreuung und Aufsicht. Da gibt es gerade eine Diskussion im Land, die zu verteilen in NRW. Da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht die richtige Position, weil da gibt es sehr gegensätzliche Aussagen. Manche Fachleute sagen, nein, das ist nicht gut, weil in der Fläche, die wissen gar nicht, mit denen umzugehen. Genau, weil halt, genau, man braucht spezielle... Ja, und es gibt halt auch die anderen Aussagen, die sagen, ja, verteilen, weil es gibt Pflegefamilien, die würden sich gerne darum kümmern. Die gibt es halt auch in der Fläche verteilt und man muss da halt nur mal die Kontakte zusammenbringen und dann könnte man sich auch eine flächenmäßige Verteilung vorstellen. Also das ist gerade so eine Diskussion von Fachleuten, wo es noch nicht ein richtiges Ergebnis gibt, hat aber, also gehört gar nicht zu der eigentlichen oder zu der Flüchtlingsunterbringung als solche, weil sie müssen auf jeden Fall auch rein gesetzlich ganz anders gehandhabt werden. Und das Jugendamt hat sofort die Zuständigkeit und gar nicht mehr Bezirksregierung oder irgendwie sowas. Das geht bis 18. Bitte? Bis 18, ja. Ja, 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 eigentlich 18, ja, ja. Jetzt in Bezug auf die OMF und auch Flüchtlinge allgemein hatten wir irgendwo gesagt, die ein paar Autos locker machen sollten für ein Telefon was aufgestellt wird, damit die Leute nach Hause telefonen können. So ein Festnetz. Okay. Wo wir dann, das ist nur mal einmal, das war das Ritterbettel, wo ein Mitarbeiter von uns gesagt hat, ein Problem von uns gesagt hat, die meisten Flüchtlinge, wenn sie herkommen, zerreißen ihre Papiere und erstmal nicht zu, also dass man sie nicht zuerst direkt zuweisen kann. Weil man ja zum Beispiel sagen kann, okay, du kommst aus dem Kosovo und ist ja sicher, dass du wieder zurückkommst. Dass man dann vielleicht aufpasst, dass man dann, so als Heidebott quasi, dass die Leute dann anrufen und sagen, naja, du kommst ja ganz schön an, was du auf Afghanistan oder Pakistan bekommst du nicht. Also nur mal so auch ein bisschen sehen. Das wäre, das wäre sehr dreist, wenn in so einer Situation praktisch das Telefon abgehört würde und man, ja, das dürfte nicht sein, würde ich mal sagen. Und wenn das rauskommt, wäre ein veritabler Skandal, würde ich mal sagen. Kann ich mal sagen, kann ich mal, naja, klar. Ganz ehrlich, wenn Leute versuchen, ihre Herkunft zu vertuschen, ja, sind sie allein schon auf dem Grunde ziemlich schnell weg, wenn man dahinterkommt. Wenn man dahinterkommt, das ist halt auch ein Zeitenanspruch. Das sind ja auch Zeitenanspruch, quasi dahinter zu kommen. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Es wird sicherlich Leute geben, die nach hier kommen, wie soll ich mal sagen, um ein System auszunutzen, um unser System auszunutzen. Ich sag's mal, ich sag's aber. Die wird es sicherlich geben. Aber hey, keiner macht so was, weil er gerade Spaß dran hat. Also die Geschichten, die ich so kennengelernt habe dahinter, wenn man mal mit Menschen spricht, das ist keine einfache Geschichte. Und wenn jemand mit neun Jahren oder sechs Jahren aus Marokko rausgeht oder von seinen Eltern weggeht und sich die ganze Zeit durchschlägt irgendwo, kriminell wird alles Mögliche, den muss man auch irgendwo auffangen und wieder auf den Weg bringen. Und wenn der nach Deutschland kommt, weil er gehört hat, hier kann man gut leben, kann ich das verstehen. Selbst nach dem Freizügigkeitsgesetz ist das ganz schön zu Ende. Ist was? Selbst nach dem Freizügigkeitsgesetz ist das ganz schön zu Ende. Es sind Menschen. Also, was soll man machen? Weil du gerade gefragt hast, was können wir noch machen, was können wir jetzt noch machen? Ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, was wir sehr interessieren, würde das Thema abschieben. Und zwar, es kann die Kommune da durchaus unterschiedlich rigoros vorgehen. Das heißt zum Beispiel, dass in Karlsberg sehr stark versucht wird, die Leute da zu behalten und gucken, dass sie erstmal einen Job kriegen. Dass man Familien versucht, uns selbstständig abzuschieben und solche Dinge. Und da würde mich interessieren, ob es da Erfahrungen gibt auf verschiedenen Gruppen. Weil ich persönlich da in dem Bereich recherchieren kann ich in nächster Zeit. Und ich würde mir halt helfen, wenn vielleicht schon andere mich mit dem Thema beschäftigt haben und du dich gut auskennen. Da ist schon kein Problem. Also, wir haben gerade ein Abschiebehaftvollzugsgesetz im Landtag. Dazu kann ich mal sagen, ich kann auch zur Abschiebehaft grundsätzlich. Was sagen die Frage wäre jetzt, ob wir noch kurz mit der Flüchtlingsunterbringung in den Kommunen irgendwie weitermachen. Weil das ist sicherlich auch ein Bereich, wo man eine gute halbe Stunde mindestens darauf verwerten kann. Also, man hat uns gesagt, das könnte man nur auf ländlichen Ländern machen. Eigentlich ist es umgekehrt. Im Land sagt man, das kann man nur kommunal machen. Weil das Bremer Modell ist tatsächlich mit den Kassen vor Ort besprochen worden. Wir haben aber so gesehen, gar keine landesweite Kassenstruktur in Nordrhein-Westfalen. Deswegen wäre das schwierig in so einem Flächenland, sagt man uns. Gleichzeitig wird es aber in Niedersachsen von der dortigen Landesregierung reingebracht. Da scheint das irgendwie zu gehen. Also, es hat was mit den Gebieten zu tun, wo Kassenvereinigungen zuständig sind. Wir kriegen aber auch eine landesweite Regelung hin. Kommunal geht es auf jeden Fall. Man muss es nur wollen. Also, Essen wäre jetzt sicherlich groß genug. Also, ein ganz kleiner Ort ist wiederum aus anderen Gründen schwierig. Vielleicht bleiben wir kurz bei dem Krankenthema. Wer da noch was zu fragen hat oder zu berichten hat vielleicht, was bei ihm diskutiert wird. Weil, finde ich, sehr gut, wenn so ein Antrag... Das ist eine neue Regelung jetzt ab diesem Jahr. Also, meiner Meinung nach sind die Kommunen trotzdem daran interessiert, so ein Modellland anzuleiern. Eigentlich sollten sie das, ja. Deswegen wäre das vielleicht... Ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, der Antrag wurde von uns mal so eingebracht. Und dann haben... Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, aber es sind alle Fraktionen dafür. Also, im Endeffekt denke ich schon, dass es ein Thema ist, wo man zusammen direkt nicht unterscheiden kann. Also, erst mal die Idee, halt auch die Flüchtlinge in die Krankenversorgung reinzubringen, die verbreitet sich in Deutschland gerade. Es war auch geplant und ist nach wie vor, dass es vom Bund aus geregelt wird. Bundesgesetzlich wäre ja vieles möglich. Im Sinne der Flüchtlinge, es ist nicht gewollt, muss man ganz knallhart sagen. Das ist sehr schade, auch was die Finanzen angeht, die wir eben hatten. Also, vom Bund kann da viel mehr passieren. So, und dieses... Das Bremer Modell ist halt, das von unten zu regeln, kommunal zu regeln. Und, ja, die Städte profitieren sicherlich, aber da ist die Berührungsangst, so ein System zu machen, sicherlich groß gewesen. Aber jetzt haben es halt einige Städte gezeigt, dass es funktioniert. Und jetzt ziehen die anderen nach. Das ist ja eine gute Geschichte. Aber wäre es nicht... Also, vielleicht auch nochmal das Einfache, vom Land aus sozusagen die Kassenärztlichen Vereinigungen zu konfaktieren. Weil, es ist ja egal, welche Städte ich habe, die letztendlich auch mit den Kassen ja verhandeln müssen, beziehungsweise, um deren Geld es ja geht, sind ja die Ärzte, Krankenhäuser, was auch immer. Das heißt, die in Anspruch genommen werden. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen sind ja eben dann wieder aufgeteilt. Wir haben ja den Antrag eingebracht dazu. Also, wir haben den Antrag im Landtag eingebracht, für Nordrhein-Westfalen dieses Modell zu etablieren. Und das war im letzten Herbst. Und haben jetzt am 21. April eine Anhörung mit Sachverständigen dazu. Und die werden, denke ich mal, sagen, Macht. Und die würden uns auch sagen, wie. Und dann liegt es an den Mehrheitsfraktionen, den sogenannten regierungstragenden Fraktionen hier im Landtag, das auch tatsächlich umzusetzen. Also, wir reden aktuell im Landtag genau zu dem Punkt, dass wir dann das Thema Krankenversorgung. Nächster Punkt, Unterbringungsstandards, hatte ich eben schon kurz gesagt. Wie gesagt, gibt es einen Link zu den Vorschlägen vom Flüchtlingsrat und zu dem, was das Land für Standards hält. Das, jetzt hat sich das ja jeder abgeschrieben. Na, komm. Ja, die haben es auch auf der Webseite verlinkt. Und keine Geheimdokumente. Okay. Nur mal als Hinweis, weil du gerade sagtest, in Neukirchenflühen wärst du auf vier Quadratmeter gekommen. Die Knastunterbringung Einzelzell ist, glaube ich, sieben Quadratmeter. Hier sind neun errechnet, vier wären ein bisschen dünn. Okay. Andere Punkte? Sonst Abschiebung? Einverstanden? Okay, gut. Schulbesuch? Also wir haben ja den Schulbesuch der Sechzehner, da hatten wir schon mal den Quadratmeter, aber ich denke, es kommen so viele, die gerade mit Vorbildung zu uns kommen. Ja. Und hier dann einfach stagnieren in ihrer Bildung. Aber ich denke, wenn wir noch Fachbau besuchen, müssen wir auch gerade interessiert sein, alle Leute. Also wenn wir daran interessiert sind, Fachleute, Fachkräfte für unsere Produktionsbetriebe oder sonst wie Arbeitsplätze zu finden, müssen wir auch daran interessiert sein, jedem Menschen, der zu uns kommt, Bildung bis zu seinem entsprechenden Abschluss zu gewähren. Aber zum Fachkräftemangel muss drängend intervenieren. Also momentan sind 80.000 Schulabgänger unterversorgt und wer vom Fachkräftemangel spricht, die meisten haben, der ignoriert ganz wichtige Zahlen. Und sechs Millionen Arbeitslosen, die nicht registriert, sind auch noch. Also wir haben ja mehr, aber eine Gerechtigkeit der Bildung ist die eine Sache und wer sie hier nicht nutzt, dann ist die andere Sache, ist uninteressant. Aber ich muss doch jedem Menschen, der gebildet ist, gebildet zu werden, die Möglichkeit geben. Das ist eine Scheiße, ob er aus dem Ausland zu uns kommt oder hier bei uns zur Welt kommt. Also viele sind ja gebildet, die hier hinkommen und die sind sogar besser gebildet nach Untersuchung als der Durchschnitt in Deutschland. Aber ein konkreter Punkt, der mir dazu kommt, das Thema Beschulung. Und es kommen ja viele Kinder mit. Was gibt es da bei euch in den Kommunen? Werden die Kinder beschult der Flüchtlingsfamilien? Oder gibt es da Aktivitäten aus den Ausschüssen von den Schulen? Die sind schulpflichtig, natürlich. Aber die Frage ist immer, ob es umgesetzt wird. Achso, okay, gut. Das wollte ich nämlich auch. Ja. Schulpflichtig, natürlich sind die schulpflichtig. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber da es Aufwand für die Schulen ist, Sprache möglicherweise, man muss sich halt einstellen und so weiter auf die Menschen, die Kinder, wird das nicht unbedingt forciert. Also ich kenne Orte, da weiß man zwar, da sind die Kinder, die müssten zur Schule gehen, aber naja, so. Ich habe so ein Gefühl, also nachdem ich in Grieber von der Schule in die Klamotten mit kleinen Pinsen diese Tage, eigentlich will man das gar nicht, man will die gar nicht hier haben. Man will die Lückenstelle weghaben, deshalb werden solche Sachen. Es gibt solche Orte, ja. Dann lässt man das schleifen. Aber deswegen ist das, oder positive Erfahrungen wären auch mal toll. Also sobald ich weiß, also wie ich es mitbekommen habe, im Schulausschuss im Kreis waren nur, werden die Kinder beschult, die sind natürlich im ganzen Kreis verteilt. Das heißt, man hat nur geringe Flüchtlingskinderzahlen an den einzelnen Schulen. Dort haben die dann sozusagen einen Extraunterricht, weil ja erstmal der deutsche Sprache bemächtigt werden müssen, um dann dem Unterricht wirklich folgen zu können. Wir haben dann intensiven Deutschruhrs, also ich glaube jeden Tag anderthalb Stunden. Es gibt jetzt, will ich nichts Falsches sagen, in einer der kleinen Städte sind Lehrflüchtlingskinder schulpflichtig. Da hat man eine eigene Klasse erstmal gebildet, um denen eben auch die Deutschkenntnisse zu ermitteln. Und wir haben auch immer noch ein Teil zu tun. Also die gehen ganz normal in die Regulärflüchtlingskinder. Wir haben auch noch und bekommen auch den Sprachkinder, den sie brauchen. Okay, gut. Also sind extra Integrationslotsen unterwegs, die sich um die Leute kümmern? Die sich um die Leute kümmern. Und die wissen, dass der Müll nicht auf der Straße wird, sondern im Mülleimer. Und dass sie sich, wenn sie mal müssen, nicht auf der Straße kommen. Nach dem Motto, wie auch immer, mit dem Diskursen. Und Schule, ja, bei Analphabeten, sage ich, meine Wesen, dann kann man denen ja gleich so von Deutsch beibringen. Das wäre ja kein Problem. Das sind ja unsere Kids auch, wenn die in die Schule kommen. Analphabeten. Viele. Ja, ich sage es mal, ich habe nicht mal so ein bisschen, also, wir hatten immer so eine Situation bei uns. Wie viele Wörter muss man können, um in Deutschland leben zu können? Also da kam einer, meinte einer, da muss man halt Wörter können. Und da habe ich gesagt, so geht es nicht. Und da habe ich mich mal informiert, also laut Lehrer, Philologen, für man, ein Grundschulkind kann 2.000 bis 3.000 Wörter, wenn es in die Schule kommt. 2.000 bis 5.000 Wörter, wenn es in die Schule kommt, stark abhängig von der Familie, wo er kommt. Also sagen wir 3.000, dann ist das gut. Ich wollte gerade sagen 300, also ich kenne in den USA, habe ich gegen ihn kennengelernt, wo die maximal 300 Worte Englisch sprechen und seit Jahrzehnten da leben. Halt mal fest, Schulpflicht ist da. Positive Beispiele, dass sich Kreise drum kümmern. Ich glaube für Integration ist das das Beste, die Kinder in die Schule zu kriegen, weil 1, 2, es sind ja nicht, es sind ja nicht hunderte, 1, 2, 3, kann man in jeder Klasse irgendwo mit dazu machen. Die lernen schnell und für Integration ist das sicherlich der beste Weg. Und für ihre Familien? Ja, für die auch, natürlich. Also wir hatten mal, wir hatten uns bei einem Vorhaben, wo wir halt kümmern, wir haben uns gesagt, also die hier leben möchten und auch hier arbeiten möchten, die sind sehr missbegehend und sehr lernbegehend, die wollen auch sehr gut Deutsch lernen. Und bis auf die, die unterm Strich leben, ist das dann positiv. Die anderen können wir nicht retten, da können wir machen, was wir wollen. Es gibt viele, ja, viele Einzelschicksale, keine Frage. Entschuldigung, jetzt war einmal Simon und dann Christian. Wobei gerade bei den Zinzi und Doma in Duisburg ja auch das Problem ist, dass sie teilweise wirklich überhaupt nicht von den Schulen genommen werden. Also wir haben das teilweise auch, dass wir hinterher telefonieren müssen bei der Stadt und dann auch Druck machen, beziehungsweise sagen, okay, wenn die die Kinder jetzt nicht geschult, dann sagen wir das der Zeitung. Und dann klappt es meistens, dass der nächste sagt, dann hört sich doch etwas schuldig. Dann Inmich-Träume klauen. Ja, ich wollte nur noch fragen, wie das ist zum Therapieter. Also haben die auch ein Recht da drauf, die Kinder an die Kitas und so weiter? Erwischt, erwischt. Wer kann mir aus der Patze helfen? Kann ich gerade nicht sagen. Weil Kita-Pflicht haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben keine Kita-Pflicht, wir haben aber das Kita-Recht. Nur wird es bei den Flüchtlingen in der Regel nicht genutzt, ihre Kinder in Kindertageseinrichtungen oder Kindergärten zu fahren. So ist bei mir die Erfahrung. Mag anders sein. Ich hatte auch noch eine Frage zu dir. Im Warendorf, die Beschulung der Kinder insgesamt. Insgesamt, bezieht sich das jetzt auf die Hauptschule oder ist das bei euch durchgängig, dass alle Schulen besucht werden? Also ich hatte jetzt im Schulausschuss, es wurde keine Differenzierung gemacht oder habe ich zumindest nicht gehört, dass jetzt aufgelistet wurde, wie viele Kinder an welchen Grundschulen oder weiterführenden Schulen und davon jetzt unabhängig ob Hauptschule, Realschule oder Sekundarschule oder Gymnasium. So aufgespittet war es nicht, sondern es ging erstmal darum, grundsätzlich die sozusagen teilnahmefähig zu haben, also sprich die Sprachbarriere erstmal so abzubauen, damit sie überhaupt am Regelunterricht teilnehmen können. Aber dass sie eben jetzt auch schon am Regelunterricht teilnehmen, auch wenn sie vielleicht die ersten Wochen nicht viel verstehen, weil sie ja parallel den Deutschunterricht kriegen, sie kriegen ja jetzt nicht erst drei Monate nur Deutschunterricht, sondern sind ja schon praktisch im Klassenverband. Je jünger, desto unkomplizierter wird es ja wahrscheinlich sein, mit Händen, Flüssen, Lachen und Ball geht vieles. Und da gleite ich jetzt mal direkt auf die Kita um. Man ist bemüht, man bewirbt sozusagen im Kreis unter den Flüchtlingen die Kita und versucht die Eltern zu ermutigen, ihre Kinder eben auch in die Kita zu gehen, weil es eben leichter ist, Anschlüsse in die Gesellschaft zu finden, wenn eben auch die Kleinen schon in der Kita sind. Da natürlich auch die Landessprache, von der Landessprache umgeben sind und sie nicht alleine in ihren Familienverband, sag ich mal, die Sache aussitzen. Also das ist auch groß. Allerdings muss man doch sagen, wir haben jetzt auch im Moment kein Defizit, sondern alle Eltern, die auch einen Kita-Planz brauchen oder sowas, die kriegen die auch ein. Also geht die Initiative tatsächlich von der Politik aus? Ja, das ist ja Verwaltung, aber es ist eher ein Zusammenschluss und es gibt diesbezüglich dann tatsächlich sowas wie runde Tische oder Arbeitskreise, wo es alle Akteure zusammenfinden. Die Schulen, die Schulsozialarbeiter, das Jugendamt, wer alles ja eben Akteur ist, wird damit ins Boot geholt, um dann zu gucken, wie kann man diese Kinder dann auch optimal fördern. Und dann versucht man das eben auch umzusetzen, ob das immer nicht klappt. Das ist eine andere Geschichte. Ja, aber hört sich gut an. Ja, ich meine, das hört sich ja gut an, aber das schwächste Genie in der Kette sind nur die Kindergärtnerinnen. Ich weiß nicht, ob die einer vorstellen kann, im Kindergarten, also wenn da so 10 oder 20 Kinder sind, wovon nur zwei deutschsprachig sind, also dann landet das wirklich die ganze Arbeit bei den Kindergärtnerinnen. Aber krass andersrum. Genau, andersrum. Ich spreche jetzt vom Kreis Warnhoff und nicht von Duisburg oder sowas. Wir haben ja sehr geringe Flüchtlinge und die sind auf dem ganzen Kreis verteilt. Das heißt also nicht in einer Gruppe, sondern zwei deutschsprachige Kinder und der Rest nicht. Aber hier im Grunde, wie ist das die Regel? Ja, aber ich spreche jetzt auch so. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, wenn das die Regel ist, dann müssen die Kindergärtnerinnen aber auch drauf eingestellt sein. Ja, also, ja gut, das ist aber... Und keiner vertritt deren Interesse zu machen. Nein, Moment. Da wird ja Rackenspann vor Interesse zu vertreten. Das ist doch eigentlich alles klar. Ja, so das Problem ist kaputt. Ja, ich kann dazu sagen, meine Frau ist Integrationskraft im Kindergarten. Also das Problem ist nicht da, wie mit den Kindern. Mit den Kindern in dem Alter ist es einfach so umzugehen, egal wo die weg sind. Ja, wie du eben sagtest, was Kinder mit dem Ball spielen, das machen, auf den Schoß nehmen, wenn sie traurig sind. Das ist das Einfachste, mit denen klar zu kommen. Und da haben die, die 56 macht das ihr Leben lang schon, ja, die haben viele Ausbildungen gemacht. Aber das ist das Problem. Also eine Frage, die Integrationskraft ist nicht nur betreut, sondern das wäre ja falsch, wenn sie nur das Einige betreut in der Gruppe von den anderen. Die soll ja integrieren da drin. Einspruch, Kinder machen keine Unterschiede, Unterschiede machen nur die Erwachsenen. Ich habe nicht gesagt, was Kinder unterschieden. Nee, da willst du ja damit ausdrücken. Kinder spielen mit grünen Kinder und blauen Kinder gehen wieder auf. Nee, genau umgedreht. Die Erwachsenen machen die Probleme. Ja, genau. Also so habe ich ihn auch verstanden. Entschuldigung. Okay. Ja, Missverständnis. Also ich hatte jetzt auch mit den Kitas gefragt, warum ist es in der Stadt so, in der Stadt, es nennt sich sprachliche Zuförderung. Das ist nicht explizit für Flüchtlinge, sondern für Migranten. Ja. Aber das gibt es als Angebot. Gibt es als Angebot, genau. Gut. Ja. Aber es scheint ja auch, es geht an. Also es ist, ja natürlich, also das ist ja jetzt auch kein neues Angebot. Das gibt es schon länger gerade, Migration, Integration, keine Frage. Gut. Dann sind wir damit. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht die, kommen wir jetzt zum Thema Abschiebung. Ich wollte nur, dass wir... Alle Daten, die jetzt gesagt haben, die können doch auch in euer Füllungsgericht der Stadt machen. Nee, Platz. Da stehen die eigentlich alle drin. Die sind ja nicht Deutsche, wenn sie da machen, sie wollen die Sprache und so weiter. Auch von den sozialen Unterschieden, die es teilweise steht hier, dass sie dann schlechte Sprachauführung haben. Oder nämlich in die Kita, weil das auch eine schlechte Sprachauführung ist. Und die sozialen Schichten spielen eine Rolle. Dann ist auch genau bewidert, soziale Schichten und so weiter, Akademikerfamilien und auch die Lichtbäunde. Genau im Bildungsbericht der Stadt eigentlich, wenn er vernünftig gemacht wurde, aufgeführt. Wenn er vernünftig gemacht wurde. Ansonsten müsste man verwalten, da hinleiten. Letztlich wird er im Rat diskutiert, würde ich mal sagen. Ich kann dir gerne mal reden zum Lesen. Kannst du gerne haben oder kannst du mal rein? Nee, du bist ja nicht auf den Kurzbruch. Nee, aber lass dir schon mal drüber, was du da lesen kannst. Aber das ist in langen Form und dann kann man sich aber jeder Stadt im Allgessig kurz vor und hinterladen. Ist der Regen in der Proversion? Ist dann der Regen erfülllich? Ja. Klar. Gibt sich auch. Ja, dann müsste ich dir im Rat diskutieren, weil ich kann da nicht meine Meinung, weil ich kann das kriegen. Ja, aber letztendlich müsstest du am Bildungsbericht, musst du unter Bildungsbericht gucken. Da stehen alle Daten, die es dafür braucht. Da steht auch in Deutschland. Da kann man auch genau das Ding haben. Dann kommen die Kinder in die Schule, kommen die nicht rein, die gehen und so weiter. Ich habe mal eine Frage. Wer von den jetzt hier Anwesenden ist in keinem Ausschuss in einem Rat? Okay. Das heißt aber, die meisten sind in einem Ausschuss. Ich kann ja mal nur stellen, wenn man sagt, dass sie da rein wollen. Bitte? Ich war da ohne Anwälte. Ja, ja. Wer ist im Schulausschuss? Ich bin Bürgerkennig überleitet. Stellt mal bitte. Egal. Wer weiß, dass es den Schulausschuss gibt oder so. Nein, oder hat er schon mal teilgenommen an Sitzungen? So, das meine ich halt so. Okay, Sozialausschuss? Ich bin im Arbeitskreis des Schulausschusses. Okay, Sozialausschuss schon ein bisschen mehr. Gut. Aber mit den Belangen... Okay, ja, die Benennung der Ausschüsse ist ja auch schon immer ein bisschen unterschiedlich in den Gemeinden. Solange die Öffentlichkeit sagt, ich kann nicht in jeder Sitzung eines Genausschusses teilnehmen. Das ist auch klar. Klar, klar, aber grundsätzlich Thematik Schule bzw. Sozialausschuss, Flüchtlinge liegt ja nahe. Also das heißt... Das haben wir jetzt aber ein paar nicht aufgezeigt. Das habe ich denn vergessen. Du, in welchem Ausschuss bist du? Ich bin in gar keinem Ausschuss. Ah, okay, alles klar. Ja, aber arbeiten das Thema... Ja, ja, okay, okay, alles klar. Ich habe mich schon am Schulmausschuss hier, aber Kinder- und Jugend-Ausschuss... Kinder und Jugend gibt es... Okay, Kinder und Jugend gibt es nicht in jedem, glaube ich, in jeder Stadt, aber es ist ja Stadtgröße, ja. Haben wir eine Struktur, dass sich die in diesen Ausschüssen tätigen, also im sozialen Bereich, dass die sich austauschen, die haben wir ja auch noch nicht. Wäre das wünschenswert? Ja, okay, das ist die Partei AG. Es ging jetzt gerade um die kommunale Arbeit, also die Arbeit im Rat. Ich möchte jetzt nicht das Wort Mailing-Liste erwähnen, aber wie würde man denn sinnvoll einen Austausch da hinkriegen? Ich kenne es ja selber nicht, aber heute Morgen wurde mir vorgeschwärmt von dem Prokop, dass die Reifen verwendet ist, dass das offenbar sehr gut ist, um schnell etwas zu finden und sie sozusagen in der Woche zu finden. Wenn du das Dienstag herrnst, dann doch was. Ich kenne mich, aber es wurde so... Ich würde es sein gut und... Okay, neues Tool. Okay. Ja, okay. Es gibt nicht eine Mailing-Liste, wo man dann irgendwann mal Monate zurückscrollen muss, weil man sich entsinnt, dass da irgendwann mal irgendein... Viele Mail-Programme haben eine Suchfunktion, wird mir auch immer gesagt. Ja, aber ich muss mich noch an der Stich... Naja, natürlich, klar. Okay, ich wollte jetzt... Dass es aber grundsätzliches Interesse gibt, ist, man muss nur einen coolen Weg finden, wie man das vernetzen kann. Okay. Entschuldigung. Die Zeit... Die Zeit... Naja. Okay, ich wollte es noch mal wissen, aber das ist alles klar. Gut, dann wechseln wir jetzt zu der unschönen Seite der Flüchtlingspolitik, nämlich zum Thema Abschiebung. Ja, ich habe am Anfang das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erwähnt. Die sind Herr des Verfahrens, die sind Herr des Asylverfahrens und die sind diejenigen, die das auch irgendwann entweder einen Haken drunter machen und irgendeinem Paragrafen angeben, warum sie dem stattgeben. Oder die sagen, mir ist abgelehnt. Es gibt dann immer noch einen Klageweg, Zweitantrag und so weiter und so fort. Also bleiben wir mal dabei, es ist also endgültig abgelehnt. Und ein Bewerber erhält keinen Aufenthaltsstatus und wobei das, es gibt auch noch für abgelehnte einen Aufenthaltsstatus. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir also jemanden haben, der eigentlich das Land verlassen sollte. Da gibt es dann noch Gründe, warum er das nicht kann. Unverschuldet teilweise auch, insofern, wenn man gar nicht weiß, wohin er abgeschoben werden soll. Also wenn er von dem Land, wo man meint, dass er hingehört, gar keine Papiere bekommt. Weil wir dürfen nicht Menschen abschieben ins Nirwana, wir müssen ihn also in ein anderes Land schieben. Und wenn man sagt, hier ist jetzt, weiß ich nicht, einer aus Ghana und Ghana sagt aber, nee, der gehört nicht zu uns, der kriegt keinen Pass und den hat er keinen, dann kann man den halt nicht nach Ghana abschieben. Dann hängt er hier rum, ist vom Verfahren abgelehnt, kann aber nicht abgeschoben werden. Und da gibt es noch ein paar andere Gründe, auch wenn meinetwegen die Asylbeantragung, also der Grund für das Asyl nicht anerkannt wurde, aber trotzdem in dem Land, zu dem er gehört, kriegerische Auseinandersetzungen sind, dann kann man ihn auch nicht abschieben oder man schiebt ihn halt nicht ab. Das ist dann, geht in diesen Bereich geduldet halt rein. Die kriegen aber eine Aufenthaltsgenehmigung für ein paar Monate meistens. Meistens nicht länger als für ein Jahr, also eher kürzer. Und das teilweise aber auch über Jahre und Jahrzehnte. Wir haben Menschen, auch nicht wenige, die 5, 8, 10 Jahre hier leben, als abgelehnte Asylbewerber geduldet. Und die Familie hier haben, Kinder, die hier geboren sind und so weiter. Das heißt aber auch, dass sie nicht arbeiten dürfen in der Zeit? Doch, sie dürfen arbeiten nach, Frist habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber sie kriegen so eine Arbeitsbescheinigung. Ich glaube, nach drei Jahren war das, jetzt ist die Frist verkürzt worden. Entschuldigung? Ja? Ja, das wird viel diskutiert, aber es kommt nicht zu Pott. Jetzt wird ja diese, dass sie arbeiten dürfen, ist ja gerade, wie gesagt, die Frist verkürzt worden. Ich glaube, ein halbes Jahr ist es jetzt noch. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, was vorher drei Jahre war. Also offiziell Asyl ist erledigt, bekommen sie nicht, aber es gibt Gründe, warum sie nicht abgeschoben werden. Und sie werden inzwischen, weil sie schon so lange hier leben, kriegen sie auch eine Arbeitsmöglichkeit. Diese Schritte, diesen Zickzackkurs, den gibt es. Aber es gibt nicht eine klare Aussage. Ich meine, wer jetzt die Nachrichten der letzten Tage verfolgt hat, da ging es wieder darum, ist Deutschland ein Einwanderungsland oder nicht. Man trifft da eigentlich keine Aussage und laviert sich halt so rum. Und genauso ist das halt mit den Gesetzen und Vorschriften auch. Es gibt keine klare Struktur, hier Leute aufzunehmen. Man ist bemüht, man bewirbt sozusagen im Kreis unter den Flüchtlingen die Kita und versucht, die Eltern zu ermutigen, ihre Kinder eben auch in die Kita zu gehen, weil es eben leichter ist, Anschlüsse in die Gesellschaft zu finden, wenn sie eben auch in den Kleinen schon in der Kita sind. Da natürlich auch die Landessprache, von der Landessprache umgeben sind und die nicht alleine in ihren Familienverband, sag ich mal, die Sache auszusetzen. Und das ist auch groß. Allerdings muss man auch sagen, wir haben jetzt auch im Moment kein Defizit, sondern alle Eltern, die auch einen Kita-Fanz brauchen oder sogar zu tun, die auch einhalten. Also geht die Initiative tatsächlich von der Politik auf? Ja, das ist ja Verwaltung, aber es ist eher ein Zusammenschluss. Und es gibt diesbezüglich dann tatsächlich so was wie runde Tische oder Arbeitspreise, wo sich alle Akteure zusammenfinden. Die Schulen, die Schulsozialarbeiter, das Lebensamt, wer alles ja eben Akteur ist, wird damit ins Boot geholt, um dann zu gucken, wie kann man diese Kinder dann auch auch mal verlaufen. Und dann versucht man das eben auch umzusetzen. Auch das immer nicht klappt, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber hört sich gut an. Ja, das hört sich ja gut an, aber das schwächste Gnick in der Kette sind nur die Kindergärten. Ich weiß nicht, ob sich einer vorstellen kann, Kindergärten, also wenn da so zehn oder zwanzig Kinder sind, wovon nur zwei deutschsprachig sind, also dann landet wirklich die ganze Arbeit bei den Kindergärten. Aber krass andersrum. Genau, andersrum. Ich spreche jetzt vom Kreis Warnhoff und nicht von Duisburg oder so was. Wir haben ja sehr geringe, wir haben ja so geringe Flüchtlinge und die sind auf dem ganzen Kreis verteilt. Das heißt also nicht in einer Gruppe, in zwei deutschsprachige Kinder und der Rest nicht. Aber hier im Grunde ist das die Regel. Ja, aber ich spreche ja jetzt auch so. Wenn ich das mal kurz einhaken darf, wenn das die Regel ist, dann müssen die Kindergärtner dann aber auch darauf eingestellt sein. Ja, also. Ja gut, das ist aber. Und keiner vertritt deren Interesse zu machen. Moment, Moment. Okay. Ja, ich kann dazu sagen, meine Frau ist Integrationskraft im Kindergarten. Also das Problem ist nicht da, wie mit den Kindern. Mit den Kindern in dem Alter ist es einfach so umzugehen, egal wo die weg sind. Ja, wie du eben sagtest, was Kinder mit dem Ball spielen, das machen, auf den Schoß nehmen, wenn sie traurig sind. Das ist das Einfachste, mit denen klar zu kommen. Und da haben die, die 56 macht das ihr Leben lang schon. Ja, die haben viele Ausbildungen gemacht. Aber das ist das Problem. Also eine Frage. Die Integrationskraft betreut nicht nur einer. Nein. Die ist in der Gruppe mit drin. Ja. Mit 25 Kindern, mit anderen, noch eine andere Kraft, die da drin ist, oder was? Die betreut nicht nur den einen, sondern das wäre ja falsch, wenn sie nur das Einige betreut in der Gruppe von den anderen. Die soll ja integrieren. Nein. Einspruch. Kinder machen keine Unterschiede. Unterschiede machen nur die Erwachsenen. Ich habe nicht gesagt, dass Kinder unterschieden. Nee, da willst du ja damit ausdrücken. Kinder spielen mit grünen Kinder und blauen Kinder. Nee, genau umgedreht. Ja, genau. So habe ich ihn auch verstanden. Entschuldigung. Okay. Ja, Missverständnis. Ich habe es nicht verstanden. Also ich hatte dann auch mit den Kitas gefragt, warum in der Stadt die Stiftung nicht statt, es nennt sich Sprachmutzungförderung. Das ist nicht explizit für Flüchtlinge, sondern für Migranten. Ja. Aber das gibt es als Angebot. Gibt es als Angebot, genau. Gut. Ja. Aber es scheint ja auch, ja, natürlich. Also das ist ja jetzt auch kein neues Angebot. Das gibt schon länger gerade Migration, Integration. Keine Frage. Gut. Dann sind wir damit. Entschuldigung, wenn ich wollte jetzt nicht die, kommen wir jetzt zum Thema Abschiebung. Wollte nur, dass wir... Alle Daten, die ihr jetzt gesagt habt, die können doch auch in euer Bildungsgericht der Stadt abreden. Da stehen die eigentlich alle drin. Die wollen nicht deutsche Lenden oder was, oder die Sprache und so weiter. Auch von den sozialen Unterschieden, die es teilweise steht hier, dass die dann schlechte Sprachauführung haben, weil das auch eine schlechte Sprachauführung ist. Und die sozialen Schichten spielen eine Rolle. Und es ist auch genau begliedert, soziale Schichten und so weiter, Akadenikerfamilien und auch die Lieblingsbericht der Stadt eigentlich, wenn er vernünftig gemacht wurde, aufgeführt. Wenn er vernünftig gemacht wurde. Ansonsten müsste man verwalten, da hinleiten. Über welchen Ausgaben wird der Bildungsanträger auch? Ja. Letztlich wird er im Rat diskutiert, würde ich mal sagen. Ich kann dir dann gerne mal geben zum Lesen. Kannst du gerne haben oder kannst du mal rein? Nee, du bist ja nicht als Blitzbruch. Nee, aber lass dir schon mal drüber, was du da lesen kannst. Aber das ist ein Wort, den gibt es in langen Form und den kann man sich aber jeder Stadt im Allgäßig kurz oder unterladen. Ist der Regen in der Version? Ist dann der Regen erfülllich? Ja. Klar, mit Sicherheit. Ja, dann müsste ich die im Rat beziehungsweise, ich kann da nicht rein, weil ich kann da nicht erst kriegen. Ja, an der Öffentlichen müsstest du am Bilumspunkt oder Berufsberechtigung. Da stehen alle Daten und die dafür raus. Genau, in Deutschland. Dann kann man auch genau das Regen haben. Dann kommen die Kinder in die Schule, kommen sie nicht rein, die und so weiter. Ich habe mal eine Frage. Wer von den jetzt hier Anwesenden ist in keinem Ausschuss in einem Rat? Okay. Das heißt aber, die meisten sind in einem Ausschuss. Bitte? Ja, ja. Wer ist im Schulausschuss? Egal. Wer weiß, dass es den Schulausschuss gibt oder so? Ich weiß, dass es einen Schulausschuss gibt. Nein, oder hat er schon mal teilgenommen an Sitzungen? So, das meine ich halt. Okay. Sozialausschuss? Ich bin im Arbeitskreis im Schulausschuss. Aber nicht im Schulausschuss. Okay, Sozialausschuss so ein bisschen mehr. Gut. Aber mit den Belangen... Ich bin zwar differenziert. Okay. Ja, die Benennung der Ausschuss ist ja auch schon immer ein bisschen unterschiedlich in den Gemeinden. Solange die Öffentlichkeit kann ich in der Hälfte eines Genausschusses teilnehmen. Das ist auch klar. Klar. Aber grundsätzlich Thematik Schule beziehungsweise Sozialausschuss Flüchtlinge liegt ja nah. Also das heißt... Das haben wir jetzt aber ein paar nicht aufgezeigt. Das habe ich denn vergessen. Du. In welchem Ausschuss bist du? Ich bin in gar keinem Ausschuss. Okay. Alles klar. Ja, aber arbeiten das Thema. Ja, ja, okay, okay, alles klar. Ich habe mich schon am Schulausschuss gehört, aber Kinder und Jugend gibt es... Kinder und Jugend gibt es nicht in jedem, glaube ich, in jeder Stadt, aber in der Stadtgröße. Ja, okay. Haben wir eine Struktur, dass sich die in diesen Ausschüssen tätigen, also im sozialen Bereich, dass die sich austauschen, die haben wir ja auch noch nicht. Wäre das wünschenswert? Wie würde man... Ja, okay, das ist die Partei AG. Es ging jetzt gerade um die kommunale Arbeit, also die Arbeit im Rat. Ich möchte jetzt nicht das Wort Mailingliste erwähnen, aber wie würde man denn sinnvoll einen Austausch da hinkriegen? Ich kenne es ja selber nicht, aber heute Morgen wurde mir vorgeschmert von dem Prokop, dass die Reifen verwenden, dass das offenbar sehr gut ist, um schnell etwas zu finden und sie sozusagen in der Gruppe zu finden. Wenn du das kenne, das kenne ich, aber es wurde so... Ich würde, es sei gut und... Okay, neues Tool. Okay. Okay. Ja, okay. Das haben viele Mailprogramme haben eine Suchfunktion, wird mir auch immer gesagt. Aber ich muss mich noch an der Stich... Naja, natürlich, klar. Okay, ich wollte jetzt, dass es aber grundsätzliches Interesse gibt es, man muss nur einen coolen Weg finden, wie man das vernetzen kann. Okay. Entschuldigung. Die Zeit... Die Zeit... Naja. Okay, ich wollte es noch mal wissen, aber das... Alles klar. Gut, dann wechseln wir jetzt zu der unschönen Seite der Flüchtlingspolitik, nämlich zum Thema Abschiebung. Ja, ich habe am Anfang das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erwähnt. Die sind Herr des Verfahrens, die sind Herr des Asylverfahrens und die sind diejenigen, die das auch irgendwann entweder einen Haken drunter machen und irgendeinem Paragrafen angeben, warum sie dem stattgeben oder die sagen nicht abgelehnt. Es gibt dann immer noch einen Klageweg, Zweitantrag und so weiter und so fort. Also bleiben wir mal dabei, es ist also endgültig abgelehnt. Ein Bewerber wird hier... erhält keinen Aufenthaltsstatus und wobei das... es gibt auch noch für abgelehnte einen Aufenthaltsstatus, aber gehen wir mal davon aus, dass wir also jemanden haben, der eigentlich das Land verlassen sollte. Da gibt es dann noch Gründe, warum er das nicht kann. Unverschuldet teilweise auch, insofern, wenn man gar nicht weiß, wohin er abgeschoben werden soll. Also wenn er von dem Land, wo man meint, dass er hingehört, gar keine Papiere bekommt, weil wir dürfen nicht Menschen abschieben ins Nirwana, wir müssen ihn also in ein anderes Land schieben und wenn man sagt, hier ist jetzt, weiß ich nicht, einer aus Ghana und Ghana sagt aber, nee, der gehört nicht zu uns, der kriegt keinen Pass und den hat er keinen. Dann kann man den halt nicht nach Ghana abschieben und dann hängt er hier rum, ist vom Verfahren abgelehnt, kann aber nicht abgeschoben werden. Und da gibt es noch ein paar andere Gründe, auch wenn meinetwegen die Asylbeantragung, also der Grund für das Asyl nicht anerkannt wurde, aber trotzdem in dem Land, zu dem er gehört, kriegerische Auseinandersetzungen sind, dann kann man ihn auch nicht abschieben oder man schiebt ihn halt nicht ab. Das ist dann, geht in diesen Bereich geduldet halt rein, die kriegen aber eine Aufenthaltsgenehmigung für ein paar Monate meistens, meistens nicht länger als für ein Jahr, also eher kürzer und das teilweise aber auch über Jahre und Jahrzehnte, wir haben Menschen, auch nicht wenige, die fünf, acht, zehn Jahre hier leben, als abgelehnte Asylbewerber geduldet. Und die Familie hier haben, Kinder, die hier geboren sind und so weiter. Das heißt aber auch, dass sie nicht arbeiten dürfen in der Zeit? Doch, sie dürfen arbeiten nach, Frist habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber sie kriegen so eine Arbeitsbescheinigung. Nach, ich glaube nach drei Jahren war das, jetzt ist die Frist verkürzt worden. Entschuldigung? Ja? Ja, ich habe das den Bauch wirklich, dass die Leute dann nicht geduldet sind und keine Möglichkeit haben für uns, aber im Grunde, dass man Zeit nicht und zwar nicht mehr oder was auch immer, dass man jetzt seit drei, fünf Jahren kriegt die Greencard. Ja, das wird viel diskutiert, aber es kommt nicht zu Pott. Jetzt wird ja diese, dass sie arbeiten dürfen, ist ja gerade, wie gesagt, die Frist verkürzt worden. Ich glaube ein halbes Jahr ist es jetzt noch. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, was vorher drei Jahre war. Also, offiziell Asyl ist erledigt, bekommen sie nicht, aber es gibt Gründe, warum sie nicht abgeschoben werden und sie werden inzwischen, weil sie schon so lange hier leben, kriegen sie auch eine Arbeitsmöglichkeit. Diese Schritte, diesen Zickzack-Kurs, den gibt es, aber es gibt nicht eine klare Aussage. Ich meine, wer jetzt die Nachrichten der letzten Tage verfolgt hat, da ging es wieder darum, ist Deutschland ein Einwanderungsland oder nicht. Man trifft da eigentlich keine Aussage und laviert sich halt so rum. Genauso ist das halt mit den Gesetzen und Vorschriften auch. Es gibt keine klare Struktur, hier Leute aufzunehmen. Die Frage ging jetzt in Richtung, wie funktioniert die Abschiebung konkret? Ja, und was man kommunal für Schnellschulung hat, für Möglichkeiten hat. Ich glaube, es gibt ja einmal das Dublin-Verfahren, dann einmal das Dublin-Verfahren, dass quasi vom Bund dann der Auftrag an die Kurve geht, dass jetzt jemand abschuldet wird. Ne, Dublin-Verfahren ist was anderes. Ne, Dublin-Verfahren ist, wenn also diese Dublin-Übereinkommen oder in Dublin, so rum, ist vereinbart worden, dass immer das erste Land in Europa, wo ein Flüchtling reingekommen ist, dasjenige Land ist, was halt das Verfahren regeln muss, was die Anerkennung regeln muss und so weiter. Das ist Deutschland schön mittendrin, hat mit nichts was zu tun, so war der Gedankengang vermutlich. So, jetzt ist es zum einen häufig so, dass Flüchtlinge erst in Deutschland auffallen, also vorher die Grenze halt so übertreten, dass sie nicht irgendwo registriert werden. Dann kann man nur in Deutschland hier vermuten, ja, der ist aus Italien gekommen, aber Italien hat da keinen Register drüber, also kann man den auch nicht abschieben nach Italien. Teilweise gibt es aber tatsächlich, weiß ich nicht, Lampedusa, Catania, wie auch immer, kommen die Menschen an, werden registriert, machen sich trotzdem auf den Weg, weil sie kriegen ja auch nur ein Zuchtticket in die Hand, um irgendwo hinzufahren, gehen halt weiter nach Deutschland, wollen sich hier, wollen hier Asyl beantragen und dann fällt auf, aha, der ist aber in Italien registriert worden als Entry ins Land und dann wird, das ist das Dublin-Verfahren, ihn wieder zurückzuschieben nach Italien. So und da, ja, das ist das Dublin-Verfahren. ja. Also diese Frist von sechs Monaten, glaube ich, also Kirchenasyl, etc., das quasi nach dem Dublin-Verfahren, wenn die sechs Monate nicht empfunden werden, können auch nicht zurückgeschoben werden dürfen, aber jetzt, der Bund versucht, das auch 18 Monate zu verlängern. Da war doch irgendwas drin. Können die in der Kirche Asyl finden? Kirchenasyl ist eine ganz eigene Geschichte, gibt es keine Rechte. Ja, aber es ging ja darum, dass wenn die sechs Monate da irgendwie untergut bleiben und danach auftauchen und da hier bleiben können, weil sie halt sechs Monate da waren, irgendwas zu tun. Ja, das zu dem Dublin-Verfahren gehört auch, bleiben wir jetzt bei dem Fall Italien gerade, jetzt ist, Italien muss den wieder annehmen und es wird jetzt in der Datei festgestellt, aha, der ist in Italien schon, es gibt da diese leidige Eurodac-Fingerprint-Datei und so weiter, stellt man fest, aha, der ist in Italien angekommen, also wieder zurück. Italien muss den annehmen, wenn die sich aber nicht melden und sagen, wollen wir nicht und da, ich meine drei Monate, sechs Monate, bin ich mir gerade genau nicht sicher, aber bleiben wir sechs Monate, dann muss das Verfahren hier weitergeführt werden, weil das Land, wo er eigentlich hin sollte, wo er eigentlich eingetroffen ist in der EU, will ihn anscheinend nicht oder nimmt ihn nicht an, dann muss das Verfahren hier durchgeführt werden und das meinst du jetzt wahrscheinlich gerade, dass sie so lange in der Kirche bleiben, dann bleibt halt jemand 18 Monate in der Kirche. Das sind aber praktisch vor Beginn des Asylverfahrens. Das ist eine Zurückschiebung. Ja, es ist eine Abschiebung. Also wie alle Schiebungen ist es einfach weg. Ja, das ist nicht schön. Ja, weil das für die Flüchtlinge ja teilweise schlimme Konsequenzen hat, weil in Deutschland die schon recht gut verworrt und behandelt werden, wohingegen in Italien viele Flüchtlinge einfach auch da. Da gibt es auch schon Verfahren drüber vor dem Menschenrechtsgerichtshof und anderen, also gerade was Italien angeht, zum Beispiel hat Deutschland entschieden, nachdem Gerichtsverfahren durchgeführt worden sind, allerdings erst, dass Familien nicht mehr nach Italien zurückgeschoben werden, weil die Unterbringungen da als nicht menschenwürdig erachtet werden. Für Einzelasylbewerber, männliche, gilt das noch nicht. Die werden noch zurückgeschoben. Speziell Familien halt. Ja, okay, dann muss die Frage bei Dublin-Verfahren, da kann die Kommune ja nicht viel dran sein, wenn ich das richtig verstehe. Richtig, da hat ja eigentlich die Kommune sowieso wenig mit zu tun, weil das Dublin-Verfahren betrifft ja Fälle, die eigentlich das Asylverfahren noch gar nicht begonnen haben. Richtig. Und in der Kommune niemand sein sollte, dessen Asylverfahren noch nicht läuft. Aber bei Flüchtlingen, wo das Asylverfahren abgelehnt wurde, dass man was eigentlich in die Abschiebung hat. Richtig, ja. Da kann die Kommune ja so ermessen spielen, wie man umgeht. Genau, das wäre jetzt der Punkt. Genau, da darf man fragen war eigentlich, ob da Erfahrungen auf verschiedenen Beboden wie die Stellschrauben da sind und ob vielleicht schon mal Anträge gemacht haben. Also, wie gesagt, das BAMF ist Herr des Verfahrens, Herrin des Verfahrens. Und ich habe eben gesagt, also, wird halt abgelehnt. Es gibt viele Gründe, warum die noch bleiben. Zuständig für die Abschiebung dann, wenn das Verfahren beendet ist, ist das Ausländeramt der Stadt. Und, ja. Da ist dann der Ermessensspielraum. Also, ob die Abschiebung möglich ist, muss geprüft werden. Diese Geschichten, also es gibt keine Papiere, das Land nimmt die nicht auf und diese ganzen Geschichten. Oder aus Gründen halt, das geht schon so lange, hat vielleicht ein Asylverfahren über drei, vier Jahre, ist aber schon verwurzelt, hat Familie gegründet und weiß ja, guck, alle möglichen Gründe, dann kann die Stadt den Menschen schon halten. Prinzipiell. Ja. Was? Ja, zwischen? Achso. Ich weiß, ich weiß nicht. Okay. Gut sehr. Dieser Ermessensspielraum, ist der bundesweit geregelt oder ist das auch wieder Länder oder Gründen? Das ist, Sachbearbeiter. Das ist, ja, Sachbearbeiter. Sachbearbeiter. Es gibt einen Zwang zur Abschiebung meines Wissens nach nicht, aber, ne. Und damit ist man nicht zufrieden? Hab ich jetzt mal. Ja gut. Es kann ja nicht sein, dass eben einer, jeder mag eben eine Nase, oder irgendwas, aber das kann ja kein Prinzip sein, um Menschen da wieder irgendwo hinzuschicken. Moment, Moment, Moment. Also, erst mal, ist ja ein Verfahren durchlaufen worden. Wir haben ja ein Rechtssystem, Asylantragstellung und da entscheiden ja, entscheidet nicht nur die Behörde, da gibt es auch den Klageweg. Wenn die Entscheidung meinetwegen negativ ausfällt, dann kann der Asylbewerber auch klagen vor einem ordentlichen Bericht. Weiß der das, kriegt der das gesagt, kriegt der dagegen gestellten oder sowas, dass der ihm hilft? Da gibt es eine Menge, da gibt es eine Menge Hilfsorganisationen, die sich um diese Fälle kümmern, natürlich, klar. Die kriegen auch Informationen, was sie machen können, also wie die Rechtswege sind. Die Informationen kriegen sie allerdings auch nicht auf dem goldenen Tablett, teilweise. Die Einspruchsfristen sind zum Beispiel sehr kurz, sie sind jetzt auch noch verkürzt worden. Ich glaube, zwei Wochen Einspruchsfrist nach einem bestimmten Verfahren und ja, es ist nicht einfach, aber viele Sachen sind nicht einfach. Zum Schluss sitzt da eine Person? Ähm, nee, also, bitte? Warum denn Ermessenssache? Ja doch. Wenn das Wort doch so klar, er durchläuft einen. Moment, Moment. Wie, ob jemand hier bleibt? Wie geht die Stadt oder der Kreis insgesamt mit der Situation? So rum. Sie könnten jetzt, also, sagen wir mal, unser Kreis wäre hammerhart und sagt, keinen Tag länger, sobald er im Bescheid da ist, sitzt du auch im Flieger. Das könnten die machen, weil theoretisch, sozusagen, mit dem Zusteller ist der Peterwagen gleich dabei, Koffer packt ab zum Flughafen, ist aber wahnsinnig teuer und müsste vom Kreis bezahlen werden. Deswegen geht der Kreis Waden noch einen anderen Weg, wir haben ja Rückkehrerberatung. Dafür gibt es ein Budget pro Beratung, ich glaube, mal aufgestockt auf 7.000 oder 8.000 Euro. Das heißt also, diejenigen, die einen abgeliehenen Asylabschlag erhalten haben, die werden beraten, wie es optimalerweise, sag ich mal, in ihr Heimatland zurückkehren. Dabei kann es auch sein, dass sie nochmal, bevor sie zurückkehren, qualifiziert werden. Das ist sozusagen die Frage, damit sie freiwillig, also es akzeptiert, okay, ich darf hier nicht bleiben, aber ich könnte noch einen LKW-Führerschein machen und dann gehe ich zurück. Bei er habe ich auch wieder zu Hause mit Westfälern, zum Beispiel. Weil das betrifft ja auch nicht, aber ich kann tatsächlich diese Gruppe von Wirtschaftsführern zu Hause keine Perspektive sehen und hier hinkommen, also im Offen, hier endlich in Arbeit. würden wir ja wahrscheinlich andersrum auch machen. Also es geht um Rückkehrerberatung und ich versuche, dass sie schnelltage mit mir zu was vor, sozusagen, die dann entsprechend beraten und eventuell, wie gesagt, entsprechend qualifiziert, dann sozusagen, dazu zu bewegen, wieder freiwillig nach Hause zu kommen. Danke. Danke für das Stichwort mit der Rückkehrerberatung beziehungsweise freiwillig, weil wir jetzt mit Abschiebung, wenn man das so im Kopf hat, dann denkt man, ja, vor allen Dingen denkt man daran, dass alle abgelehnten Asylverfahren abgeschoben werden. Das ist ja Quatsch. Die meisten verlassen freiwillig wieder das Land. Es ist wirklich nicht so, es ist ein relativ kleiner Anteil, der trotz abgelehnten Verfahren und obwohl er abgeschoben werden könnte, hier bleibt, also hier bleiben will. Entschuldigung, abgeschoben. Obwohl es keine rechtlichen Gründe gäbe, ihn nicht abzuschieben, wie zum Beispiel, er hat einen Pass von seinem Land, wo er hin, also der unbedingt hier bleiben will. Wenn es abgelehnt ist, das Verfahren, die meisten verlassen das Land freiwillig. Ja, freiwillig in Anführungsstrichen. Die muss auch bezahlt werden. Also Abschiebung, Abschiebehaft muss der, aber das ist wieder ein anderes Thema. Du hast auch, wenn du abgeschoben wirst, darfst wieder Einreisesperre und all solche Sachen. Das heißt, du überlegst es dir schon, ob du jetzt freiwillig, genau. Ja, du willst vielleicht noch mal wiederkommen. Also ich weiß nicht, wir haben auch viele Deutsche, die zum Beispiel nach USA, Australien oder sonst wo hinwollen und die würden auch freiwillig erstmal wieder gehen, um dann noch mal zu versuchen. Aber du wolltest noch mehr mit, oder ich wollte noch was sagen, dass ich mich gerade wollte. Ja, ich habe schon mal verfahren, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, dass es möglich ist, dass wir ohne Ankündigung Leute abschieben. Es ist möglich, dass das angekündigt wird, irgendwie eine Woche vorher. in der Woche ist hier Abschieb auf, packt eure Sachen und so weiter, organisiert das ein bisschen. Sie kriegen eigentlich einen Brief? Ja, eigentlich, aber es ist auch möglich ganz ohne Ankündigung. Das ist solche Verlängerung. Ich bin jetzt nicht 100% Fachmann in dem Bereich. Also es kommt sicherlich alles vor. Es kommen diese Übernachtgeschichten vor. Wenn das Ausländeramt zum Beispiel die Vermutung hat, dass derjenige untertauchen will oder diejenige Familie, wie auch immer, dann machen sie sowas. Es soll nicht gemacht werden bei Familien, erst recht nicht bei Kindern. Das ist sogar ich meine sogar nicht erlaubt, das mal so auszudrücken. Aber da ist halt, da gibt es diesen Spielraum, den das Ausländeramt halt hat. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Ausländerämter, keine Frage. Dann gibt es die, die halt so sind. Mal solche, mal solche. Also Abschiebehäftlinge zum Beispiel haben wir im Moment in Nordrhein-Westfalen 15. Vielleicht plus minus irgendwie, also sehr, sehr wenig Fälle. weil wir hier keine Abschiebehaftanstalt im Moment haben. Gibt es da überhaupt mehrere von? Es gab die eine in Bühren und das ist gerade ein sehr... Die ist ja riesengroß. Ja. Die musste letztes Jahr schließen oder musste zumindest, dürfte nicht mehr als Abschiebehaftanstalt verwendet werden, weil auch normale Strafgefangene da untergebracht waren. Und eine Unterbringung zusammen nicht erlaubt ist. In NRW allerdings wurde es erst verstanden, nachdem der BGH geurteilt hat, dass es nicht geht. Also der Europäische Gerichtshof hat das schon vorher gesagt, aber das hat man hier nicht so gesehen. Und hat der BGH geurteilt und dann wurde halt nach einem Tag das aufgelöst. gerade aktuell geht es darum, Bühren wieder aufzumachen als Abschiebehaftanstalt. Wir haben uns im Landtag als einzige Fraktion im Moment dagegen, also gegen ein vorgesehenes Abschiebehaftvollzugsgesetz bestimmt. Also Nordrhein-Westfalen hat aus verschiedensten Gründen keine Rechtsgrundlage und will ein eigenes Abschiebehaftvollzugsgesetz machen. Das sollte eigentlich im März jetzt beraten werden und verabschiedet werden. Wir haben dazu eine Anhörung beantragt, weil wir glauben, dass dieses Gesetz so wie es gemacht ist nicht tauglich ist, um Menschen in Abschiebehaft zu nehmen, weil in dem Gesetz keinerlei besonderen Belange von Abschiebeheftlichen berücksichtigt sind, weil es ist vom EuGH ganz klar geurteilt worden und ganz klar gesagt worden und ganz klar Rechtslage, dass Abschiebehaft keine Strafhaft sein darf, weil die Menschen haben nichts verbrochen. Sie haben kein Gesetz übertreten, insofern müssen sie anders behandelt werden als Strafgefangene und dieser Gesetzesvorschlag, der hier gerade zur Diskussion steht, ist ein, das ist eine Seite, da steht drauf, die Abschiebehaft wird nach dem Justizvollzugsgesetz geregelt und das ist dann strafhaft. Das hat den Hintergrund, dass sich das Innenministerium ruckzuck überlegt hat zum Jahreswechsel, hey, wir machen jetzt was Eigenes und nicht fertig geworden ist mit einem richtigen Abschiebehaftvollzugsgesetz, das wird erst nächstes Jahr kommen und für diesen Zwischenraum, weil sie keine Gesetzesgrundlage haben, haben sie halt versucht jetzt oder machen sie dieses Einblattgesetz, was auf Justizvollzug verweist, wo wir sagen, nein, Abschiebehaft ist keine Strafhaft, also dürft ihr das so nicht machen und da werden wir uns im zwei Wochen, 26. März im Landtag darüber streiten, da machen wir eine Anhörung dazu, normalerweise bei einer Anhörung gibt es fünf Sachverständige von jeder Fraktion mindestens einen Vorschlag, die anderen vier haben verzichtet, wir sind die einzigen, die den Sachverständigen stellen, ist auch bezeichnend, sage ich mal, weil alle anderen Fraktionen haben aus verschiedenen Gründen Interesse, möglichst schnell hier Abschiebehaft Vollzug machen zu können. Ja, und wir werden dann das breit kommunizieren, wie unsere Haltung dazu ist, nämlich, dass wir, wenn wir eine Abschiebehaft, wir wollen sie eigentlich nicht als Piraten, sowieso nicht, aber wenn, dann muss sie halt geregelt sein, dann muss im Gesetz definiert sein, was Abschiebehaft bedeutet und was die Menschen für Rechte haben und so weiter und so fort und sonst geht es nicht, das wird eine heiße Diskussion, glaube ich. Wir werden es aber nicht gewinnen, weil wir nicht die Mehrheit haben, trotzdem werden wir darüber reden und, ja. Ich hatte gehört, gab es mit Wissen Druck auf dem Bundesinnenministerium, gibt es gerade auf Nordrhein-Westfalen, weil der Welt so weit räumlich von Nordrhein-Westfalen abweg ist und bei der Bundespolizei aufgrund dessen sehr viel Personal und wie groß sind denn diese Durchlaufzahlen, wenn dann nur 15 Abschiebehaft für das Land sind? Ja gut, also das ist die Zahl von vor vier Wochen, ich weiß nicht, ob jetzt Leute dazugekommen sind, das muss halt, wenn irgendwie eine, ein Verfahrensschritt zu machen ist, also sprich nochmal hier ein Gespräch stattfinden muss, dann müssen halt zwei Leute oder drei Leute hinfahren, den oder diejenige einparken und wieder zurückfahren, das ist schon ein Personalaufwand, das ist, für den Transport über die, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, könnte auch Bundespolizei, also weiß ich nicht, wer das ist. Es gibt verschiedene, also grundsätzlich ist das Thema Abschiebehaftvollzug und Abschiebehaftgefängnisse gerade auch deutschlandweit ein Thema, weil nicht mehr jedes Bundesland eine Abschiebehaftanstalt hat. Bühren war relativ groß, soll wieder aufgemacht werden, nur für den Zweck Abschiebehaft. Als Justizvollzugangstalt haben sie eine Kapazität von 500 Personen gehabt, allerdings tatsächlich dann in Mehrbettzellen also relativ eng untergebracht. die Landesregierung sagt, dass sie 115 Abschiebehaftplätze da schaffen will. Ich sage mal, wenn wir im Moment 15 haben, ich schätze, dass die Richter eher weniger Abschiebehaft anordnen, das muss ja richterlich festgesetzt, also richterlich entschieden werden, weil sie wissen, dass es eine große Belastung ist, nach Berlin gebracht zu werden, aber es ist schwer einzuschätzen, wie viele Abschiebehaftgesuche sie nachgeben würden, wenn wir hier wieder diese Haftanstalt hätten. Dass es plötzlich 100 sind, kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Sprich, es ist zu befürchten, dass vielleicht aus anderen Bundesländern dann halt Leute nach Bühren kommen, dass wir hier so einen Abschiebehaft Zentralknast bekommen, das höre ich zum Beispiel aus Berlin, weil möglicherweise Berlin zugemacht wird, weil das da zu teuer ist und dann kommen die Berliner nach hier, aber da ist viel, was wir so nicht wissen, das ist mir aber auch relativ egal, eigentlich wollen wir wie gesagt nicht, aber wenn es irgendwie gemacht werden muss oder soll, wie gesagt, wir haben ja nicht die Mehrheit, dann müssen wir denke ich alles dafür tun, dass es so gut wie möglich für die Menschen halt ist und so viel wie möglich geregelt ist für sie und das ist halt in dem momentanen Gesetz nicht und deswegen machen wir halt dieses Verlaber, das ist sehr, ist nicht einfach auszuhalten, weil man hat halt alle Fraktionen gegen sich und auch das Ministerium gegen sich, ja, schwierig. Das wird jetzt auch schwierig mit der Akustik. Ja, jetzt lassen wir mal ganz schnell überlegen, sind deine Fragen soweit, wenn noch was Spezielles ist, kannst du mich aber auch so kontaktieren. Abschiebung bei Hinschiebung, hast du da eine Meinung zu Abschiebeveränderungen? Das ist halt so, dass dann, wenn bekannt wird, jemand soll abgeschoben werden und Menschen dagegen sind, dass die einfach quasi sich davor setzen, sich nicht machen, dann kommen die vom Bornungsrand mit ihrem Fahrzeug an und sehen, da sitzen jetzt 200 Leute vor dem Haus, dann fahren sie wieder weg. Also ich bin grundsätzlich dafür, einen Rechtsrahmen, den wir haben, auszuschöpfen. Wenn wir das tun, muss man sich auch immer zurechnen lassen, dass andere das vielleicht in andere Richtungen machen. dass man sich an die Gesetze, die wir haben, halt hält, trotzdem im Rahmen seiner Überzeugung halt die Grenzen auslotet. Ja, was soll ich jetzt mehr dazu sagen? Also wir haben ja schon einen Innenminister, der sagt zum Beispiel auch, dass Blockade von einer Demo von Nazis okay ist. Finde ich cool. Ich weiß nicht, ob er das so gemeint hat, aber er hat es halt so gesagt im Plenum. Ja. Und haben wir noch Minister, der ist noch. Der ist noch. So, jetzt sind alle anderen total aufgeregt. Die haben jetzt gleich ein Riesenprogramm, was sie erzählen, was alles beschlossen wurde. Was haben wir denn beschlossen? Wir wollten Informationen haben, dann war ich nicht. Ja. Ja, okay. Habt ihr Informationen bekommen? Wisst ihr, wen ihr ansprecht? Ja, okay. Aber wenn ich meine Informationen bekomme, brauche ich mich in Arbeit. Ja. Vor allen Dingen, dass wir weiter auf dem Standpunkt sind, dass wir immer willkommen sind von uns aus. Egal wer es ist. Ja. 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 Es ist an der Stelle, muss ich tatsächlich auch weitergeben, es ist Bundespolitik nicht so, nicht zu freundlich zu sein zu den Menschen. Was ein bisschen schade ist. Da hängen wir als Land dazwischen. Also der Bund, der verschleudert Milliarden an Stellen, wo sie echt nicht notwendig sind und die wir hier sowohl im Land wie auch in der Kommune gebrauchen könnten. Ja, der Druck, der muss ja von der Innenministerkonferenz kommen. Ja. Kommt vom Bund zu Land, dann bleiben wir ja dran eng und dann kommt zur Kommune. Dann heißt das Land, ist ja auch nicht eine ganz Kommune hoch. Ja, ja. da müssen wir mal machen. Hier steht noch was. Also, wenn vom Land nur 20 Prozent oder 25 Prozent dazwischen an die Kommunen von dem Geld, was den Kommunen eigentlich zusteht, dann läuft was. Okay, dann würde ich an dieser Stelle mal abbrechen, mich bedanken. Ich habe auch viel von euch gelernt und gehört. Ich finde klasse, also viel Engagement habe ich mitgekriegt. Finde ich super, danke dafür. Und ja, wir machen weiter und an der Vernetzung arbeiten auf jeden Fall. Also, danke. Vielen Dank.